Ein Game raus, warum? So, ich hoffe die Übertragung läuft jetzt wieder. Ja, ich habe doch gesagt, mein Internet hat mich rausgeschmissen, keine Ahnung. Der Router, den habe ich vorhin erst neu gestartet. Muss nachladen, oh man! Ich habe eine absolut katastrophale Hochlade. Übertragungsrate, okay. Die ist nur bei 1,1. Mbit. Warum denn das? Oder spinnt es jetzt bei uns in der Wohnanlage wieder das Internet, das kann auch sein. Probieren wir mal. 4,4, letzter Punkt entscheidet jetzt. Entschuldigt bitte für den Ausfall. Ich hatte jetzt gerade einen Internetausfall. Das ist echt ärgerlich wieder. Nein, warte mal, wir gehen in eine öffentliche Sitzung. Noch der Räder. Und wie steht es bei Team Blau? Ganz gut. 4,4 steht es gerade. Oh, schön. Schön. Muss nachladen! Ich will heute Nacht auch noch einen von unseren Samstag-Streams hochladen auf meine YouTube-Seite. Der letzte? Ja. Den letzten? Äh, es ist der letzte oder der vorletzte gewesen, den ich da hochladen möchte. Ach, der so gut war, oder? Mhm. Meinst du den? Der so gut war, ja. Achso, das war der vorletzte. Achso, das war der vorletzte. Ich glaube der vorletzte, ja. Mhm. Der letzte war auch nice. Der war auch nice. Ähm, das dauert immer so lange. Deswegen, weil vorhin hatte ich noch ein anderes Video hochgeladen, das hat halt gleich mal drei Stunden gedauert, das hochzuladen. Hast du jetzt ein Cutter oder ein Cutter-Programm? Mhm. Immer noch nicht. Hat sich bei meiner Technik noch nichts geändert. Das ist schade. Das ist halt schade. Jetzt habe ich am 22. habe ich für mein Auto Spureinstelle und zwei neue Räder. Das sind dann auch nochmal 350 Euro, die wir wechseln. Ja, genau, hast du gesagt. Aha. Aber Alex, warum strengst du dich jetzt an und dann, wie wir mit dem Laser Tech gespielt haben, bist du stehen geblieben? 138.000. Weil er sich nicht getraut hat. Und jetzt traut er sich. Jetzt traut er sich. Ja. Und siehst du, klappt doch, Alex. Ja, man braucht auch ein bisschen Übung bei den Matches. Das ist schon. Jetzt war ich zum Beispiel wirklich ziemlich gerade schlecht, auch wenn ich mitgemacht habe. Es ist bei mir auch immer so matchabhängig irgendwie. Manchmal bin ich gut, manchmal bin ich schlecht. Ich weiß nicht. Eine Runde war ich ja auch. Ich bin bei Level 240. Sehr gut. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt in den Freien Motors, weil denn Larry ja nicht dabei ist. Ja. Und die Frage ist, soll man noch mal eine Runde machen oder? Ne, Rennen. Ich bin diesmal nicht dabei. Rennen wäre eigentlich auch mal so zwischendrin mal wieder ganz nice. Oder? Was würdet ihr sagen? Also ich wäre ein Rennen nicht abgeneigt. Wie wäre das Credo bei euch? In Rennen bin ich halt eine Niete. Ja. Tito? Na gut, vielleicht Rennen bin ich ein bisschen besser als bei PvP. Das... Ja, ich auch. Bei Rennen bin ich... Bei Rennen bin ich genauso wie der Alex. Bei PvP. Ne, der Alex ist eher in den Rennen. Alex ist eher ein Rennen. Ja. Ich habe gemeint, bei Rennen bin ich so wie der Alex bei PvP. Ach so, so meintest du. Okay, ja. Ja, dann ist es doch... Also Rennen mache ich um die Zeit nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Das habe ich einmal gemacht und habe es... Das ist nicht gut. Da ist die Konzentration schon so schlecht. Wenn du aber keine Konzentration hast, kannst du auch kein PvP machen. Also ich finde auch PvP eigentlich anstrengend. Ja. Ne, war sicher. Aber letztes Mal habe ich... Letztes Mal habe ich Rennen gemacht. Das ist katastrophal ausgelaufen. Ich hole kurz zu trinken. Ja. Und ich musste mal kurz auf stille Örtchen. Okay, dann gehst du mir mal auf stille Örtchen. Also... Gesamt-Gredo wäre eher für Rennen. Du wolltest jetzt aber kein Rennen. Ne. Ne, ich gehe auch dann raus. Okay. Den muss ja arbeiten. Ach, den muss ja arbeiten. Stimmt. Susi. Genau. Ne, aber schön. Bis morgen. 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 video das glaube ich auch gesagt das ist neues video was jetzt gestern rausgekommen ist also so wie ich verstanden habe der tut heute morgen streamen auf jeden fall dann wird er wahrscheinlich um seine festen zeiten streamen denke ich ist ja dlc dlc kommt raus genau da tut er normalerweise also das letzte mal am sommer dlc hat er dann um mittagsschule dann streamt um 11 weil letztes mal wo die sachen rausgekommen sind hat um 11 das kann gut sein ja ich habe mal angeschrieben und das muss man sagt das weil ich wollte eventuell auch morgen streame und dass wir uns da nicht über kreuz kommen und eventuell hatte ich sogar vor ihm praktisch auf meinen sender zu hosten praktisch wenn wenn sein stream läuft dass der auch bei mir auf dem sender läuft und da habe ich ihn jetzt halt gefragt aber kam ja noch mal zurück okay dann machen wir mal ein rennen wenn jetzt klingoni rausgeht autowarenkreuz autowarenkreuz das haben wir auch noch nicht glaube ich gehen wir da mal rein ach so warte mal jetzt muss ich mal schauen wer du bist da mit dem killer steige mal aus bitte ist er aus dem sprachschild raus der der ist kurz einer auf toilette gegangen ach so ich glaube ich habe sogar jeden einmal gekillt okay super sport worden ich glaube ich gehe jetzt auch langsam raus warst du auch morgen schule oder okay noch krank ach du bist auch noch krank okay dann noch weiter und gute besserung krippe ja das zurzeit alle überall deswegen habe ich ja auch angst dass ich mich irgendwo eingestreckt weil der einzige kontakt den ich habe ist während des einkaufens und dieser von dieser bg ärztin in der praxis da sitzt du immer in vollem wartezimmer das nervt mich immer ja bis morgen und streng dich wenn wir den modus machen bitte auch so an wie jetzt macht ja keiner absichtlich hat sich ja angestimmt aber du hast ja den team gewechselt ja trotzdem also man muss trotzdem wenn man in der ja ja jetzt aber nicht in dem vorherigen modus wo wir mit dem laser tag zusammen waren da ist er stehen geblieben ja wie gesagt der alex war da jetzt schüchtern in dem spiel also bemerkt hat dass er aber zu weitermachen wir waren drei gegen vier so der alex ist dabei der kopke also das ist einer von der hier 800 jetzt brauchen wir noch den downtown killer der ist gerade auch auf dem örtchen alles klar ist dann ein schönes und dann eine gute besserung klingoni die ja auch weiterhin mit einem schnupfen gute besserung ja ja und schlaf ich bin aber auch nicht mehr lange da larry ja machen wir jetzt noch das renne und dann schauen wir mal je nachdem wenn du wenn du sagst es ist jetzt zu viel dann musst du halt schluss machen das ist so aus der aktuellen sitzung ich wollte eigentlich nur hallo sagen ich wollte nicht zusammengefahren werden downtown killer könntest du bitte schnell beitreten ich habe doch keine einladung auf dem telefon alle ausletzten vom letzten job jetzt hast du jetzt meine freunde von der freundesliste warte mal downtown killer kriegt keinen warum du warst doch beim letzten job beides verstehe ich nicht jetzt hast du jetzt hast du mir eine per playstation gesteckt ok ok was ist das was ist das für dinge auf deinem auto ist das reichskreuz das ist aber kein reichskreuz wird ja von der bundeswehr heute noch verwenden das ist das 1,3 1 kt cool super bitte downtown killer das ist halt unser crew emplem und deswegen hatte ich ja auch einen coolen emokit gesagt weil er mich auch schon gefragt habe ob ich die crew beitritt jetzt ist downtown killer dabei sehr gut sonst wäre ich ja schon den ihrer crew beigetreten wenn ich irgendwie crew haben würde oder sowas aber ich will keine crew haben weiß jetzt nicht warum eigentlich so richtig weiß nicht weil ich mich mit keiner richtigen crew irgendwie identifizieren können weiß nicht bis jetzt hat es mir auch nicht geschadet ok also von der sitzung will anscheinend niemand mit drauf kommen spiele einladen ich kann es auch noch einen klick versuchen weil ich war ja auch noch auf einer öffentlichen sitzung ok ok dann verabschiede ich mich macht also gut klingt ja genau das war mal eine ausnahme weil normalerweise stream hier samstags und morgen weiß ich nicht wenn du vormittag natürlich streams ist es schwierig aber so ab 4 wäre ich daheim ja deswegen war es jetzt halt meine überlegung ob ich weil ich wollte halt mit einem easy stretcher auch nicht über kreuz kommen ja mal abgesehen davon dass ich ihm dann ganz bestimmt keine zuschauer da wegnehmen aber da war halt dann die überlegung ok da warte ich erst mal bis dem sein stream so sich dem ende neigt und dann würde ich streamer anfangen aber wenn ich jetzt keine uhrzeiten habe ist halt blöd meistens wenn er so sondersachen macht macht das meistens um elf also letztes mal gemacht so diese sondersachen diese dlc sachen ja schon okay dann gute nacht dankeschön für die einladung und dann alle vielen dank dass du mitgemacht hast gute nacht ja gerne dankeschön ok macht es und viel spaß und viel glück beim rennen glück ist auch wieder da ich habe morgen schule bis 15 uhr ach du liebe das ist natürlich höchst ärgerlich schule bis 15 uhr das ist ob da haben wir einen krieger tuned ja fortfahren komm machen wir mal eine wette rein oder so wer ist denn das der koppelgnicke ich finde es immer voll voll irritierend wenn leute solche farblichen kontaktdiensten drin haben das war mag ich irgendwie überhaupt nicht also gut luck fair play ich habe gott sei dank keinen kontakt gemacht weil ich wusste jetzt auch nicht wenn leute von außen hat mit dabei sind das ist ja verschickt aber diese normalen einfachen stunt rennen finde ich immer ziemlich cool eigentlich die strecke mag ich voll weil auf der kann man gut driften ok ich bin überhaupt kein driftfreund weil das nur energie kostet und kostet reife genau also bei denen rennen jetzt nicht aber wenn man dann immer so ein formel eins augen guckt heute dieser 800 level der hängt mir gut am hinteren der hängt mir richtig gut am hinteren gut mit 800 hast du auch schon einige rennen bestimmt gefahren die ganzen strecken schon ja schon ja wobei es gibt so viele jobs in gta also das ist unglaublich was du dann alles noch mehr zeit entdecken kannst an spiel möglich ich habe heute auch meine bestleistung in dort im zeitrennen im lsk mit noch mal um ein paar zehntel verbessert heute deswegen bin ich wahrscheinlich so guter laune nee weil ich vorhin geschlafen habe je frischer ich aufgeschlafen also ähm so oder frischer vom schlafen her ich bin desto besser ist meine laune ja das war jetzt blöd blöd aufgekommen jetzt hat haben wir einen jesse vorbeigelassen das war jetzt blöd schon wieder diese kuppeln die gibt es auch köpke 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 ja jetzt haben wir es geschafft das war unser todesstoß ich bin ich bin gegen die leitplange habe mich gedreht besser als ich, weil ich bin schon zweimal gesprungen also respawnt wird jetzt bei mir vielleicht auch das wird knapp jesse ist noch im blickfeld vor mir den schaffen wir vielleicht noch ein kleiner fehler vom jesse und dann passt es freiwandfrei ja soweit seid ihr eigentlich gar nicht bei mir voraus ne, ist verschwindend gering neunundfünfzig sekunden verschwindend gering entschuldigung jetzt muss der letzte, der vierte platz einfach nur zwei, drei fehler machen und dann hole ich auf ja oh 1,31er zeit hey jesse ist sowas von perfekter runde aber die jesse ist auch so einer der ist jede strecke schon zig hundertmal gefahren der übt immer alleine das ist so einer der kann dann stundenlang im kreis rum fahren ja vielleicht war auch nicht meine, das ist nicht meine beste wahl der turismo r turismo r, ne das ist definitiv nicht die beste wahl obwohl der ja geil ist als anfangs auto ist der schon ganz geil ja also ich hatte einen kostenlosen in meinem paket mit drin deswegen habe ich den eigentlich immer auch ein bisschen links liegen lassen aber er ist eigentlich von den fahrleistungen her ja eigentlich okay aber es geht halt nichts über krieger es geht nichts über den krieger glaub mir bis jetzt haben wir keinen besseren wagen als den krieger also im gesamtpaket der jesse ist die ganze zeit vor mir so irgendwie, ne aber ich kriege ihn nicht ich kriege ihn irgendwie nicht ich kriege den doch jetzt kriege ich ihn ja man und bestzeit 1.37 schön hier ist er saugut mädel ist lieb aber den 800er den kriege ich nicht he ah jetzt jetzt haben wir es jetzt sind wir draußen äh explodiert sogar wie geht denn das ok jetzt haben wir es versaut vor dir steht gar keine zeit jesse der andere ist 4,6 sekunden vor mir 13 sekunden naja gut das hast du sicher jesse wenn du jetzt keinen mist mehr baust hast du das sicher den zweiten vielleicht kriegst du ja noch den 800er level wobei der hat 10 Minuten Vorsprung auf dich hat das rennen beendet jesse schau zu gratuliere soo der alex ist 7 sekunden hinter mir ich hoffe das retten wir noch ach ja das haben wir gerade so geschafft noch einen dritten Platz wenigstens gerettet nach dem Debakel der hat ja noch mehr der ist ja noch nicht mehr getunt du hast ja noch nicht mal einen Flügel hinten drauf da hast du weniger Anpressdruck in Kurven auch ja ne Flügel hat mich an dem halt noch nicht interessiert Motor Tuning hat ja ein bisschen du hast so viele Autos die getunt sind warum hast du die nicht oder hast wahrscheinlich nicht richtig schnell genug auswählen können äh der Turismo Air zum Beispiel der stand jetzt bei mir ein Jahr lang nur in der Garage äh zwei Jahre nur in der Garage rum weil den hab ich mir ganz am Anfang geholt der Kopf geht bis vierzehntel sogar schneller als ich okay machen wir uns dann drinnen war eigentlich ganz lustig hey ähm was ist denn immer ein Sturzflug? tief runter tief runter tief runter tief runter dann nehmen wir tief runter ich hätte den Absturz jetzt genommen aber tief runter ist auch okay der Kopf geht aber raus wie ich es gesehen habe ja Punkt zu Punkt achso das heißt da haben wir keine Runden Vorgabe kein Kontakt Punkt zu Punkt hier gehts gut eigene da das ist das ähm Einstellung bestätigen und dann tun wir nochmal ähm ähm Winzen Job ähm schmierer mit ähm ähm äh 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 unter der Woche hat er ja Vorgaben nur bis äh maximal neun da muss er runter und der hält sich auch wirklich dort dran und da kriegt er auch weniger Ärger das ist gut ähm ähm Spielersuche offen nochmal schnellstart vielleicht kriegen wir noch ein paar Mitfahrer weil jeder Mitfahrer bringt mehr Kohle ein je mehr wir haben das Blöde ist dass wir jetzt aber nicht mehr auf diese öffentlichen Lobbys zugreifen können weil wir ja jetzt praktisch im Rennen vorher drin waren oh da tritt noch einer bei das ist schön MS Form da und da mhm 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 der Phil HHX musst du anklicken weil der ist auf Habruf ah ne der ist der Lester dann starten wir einfach mhm 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 Äh, bitte, ich hoffe ich hab genug Zeit. Ach komm. Das ist der schnellste, was ich grad persönlich hab. So, jetzt setzen wir mal ne Wette. Ah, ich hab nicht bestätigt. Mist, ich hab ein Schrottauto. Ich hab nicht bestätigt. Ich hab diesen Scheiß so groß an dem Blister. Was hast du? In rosa ne Blister. Also gut luck and fair play. Rosa auch noch. Ja, da hat sich wieder Larissa durchgesetzt. Alle rosa Autos hat sich Larissa durchgesetzt und lila Autos sind meine Wale. Mit dem Auto werden wir wahrscheinlich nicht viel Reisen lösen. Mit meinem Kuruma tue ich auch nicht viel Reisen. Nee, Kuruma ist sowas auch nicht gut. Ich wollte grad noch einen Platz weiter gehen und dann hat's schon angefangen. Ja, ich hätte nur noch bestätigen müssen. Ich hätte nur noch bestätigen müssen. Oh, wie ist das? Aber der Alex Schwarz dreht sich wenigstens auch. Der ist solidarisch, der will mir wenigstens einen Platz vorne. Weiter vorne gehen. Das ist ein guter Freund. Und der Downtown Killer ist auch lieb. Schön. Ja, wir sind heillos unterlegen mit diesen Autos. Aber das ist schlimm. Fahren wir jetzt. Gutes. Ja, aber der LAG ist auch nicht so gut. Nein, das ist ja gar nicht der 1100er oder so. Ich glaub 250 oder der oder was. Nee, 227er. Wirst du wenigstens einen fairer Kampf finden. Ja, genau, richtig. Der Alex ist mir auf Fuß, warte mal. Ja, geht rechts vorbei. Ach ne, wir haben ja keinen Kontakt. Ich wollte dem Alex jetzt grad schon Platz machen. Lang genug hier hätte er gewesen. Ich hätte jetzt extra dir Platz machen wollen, weil ich gedacht habe, du willst ja vorbei. Aber wir haben keinen Kontakt. Weil ich sehe es nicht ein, da jemanden dann abzudrängen, wenn er schneller ist. Macht man nicht. Ja, vor allem... Wie zum Beispiel der Lasertag. Die ganze Zeit bei der... Echt? Hat er abgetrinkt? Bei der einen Map so lange RG gemacht, bis er rausgeflogen ist aus dem Easy-Sweater. Also das... Das ist ja schon alt. Das ist ja schon, ja. Na, wenn Easy ist das nicht alt. Das ist ja schon drei Wochen her. Das ist ja schon drei Wochen her. Ja. Oh, aber die Strecke ist eigentlich ganz cool. Aber die Strecke ist eigentlich ganz cool. Die Strecke ist schön. Ja. Ja, gut. Seitdem gibt es ja auch einen... Hat sich da jemand im Easy-Stream ja auch Lasertag-Account zugelegt. Wobei ich das als Streamer jetzt nicht so tolerieren würde. Wenn sich jemand so... Um jemanden zu diskriminieren... ...diskreditieren... Ja. Der Nomad. Finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Also jetzt ja zum Beispiel bei einem Spieler, der das schon mal mit einem coolen Emo-Kit probiert hat. Habe ich ja dann gebannt. Also insofern... Ich finde das... Ist halt nicht eine Art von Mobbing und das... Finde ich nicht gut. Muss man ja nicht machen. Egal wie sich da jemand... Verhalte hat. Ja, das wäre jetzt was anderes, wenn das... Wenn man sich jetzt so... Mit dem Namen nennt. Und dann halt... Äh... Fanpage oder sowas. Das ist ja was... Ganz anders. Aber da geht es ja doch darum, jemanden zu diskreditieren. Und das ist ja... Das ist so ein... Äh... Das, wie ich der Meinung bin, dass wir... Das Streamer dann da... Gegenhalten müssen. So... Jetzt ist der Down-Down-Killer wieder vorbei, hey. Marissa, tu mal da ein bisschen... Äh... Rosa-Lack abkratzen und mit in... Verbrennungsraum mit nahe. Ich glaube der... Der gibt dann noch ein bisschen Power dazu. Dieser rosa-Lack. Jetzt weißt du, warum sie immer auch... Rosa geht. Danke fürs Platz halten, Jessie. Ey, dieser Alex ist an Jessie auf eine Sekunde ran, hey. Zwischen denen geht da vorne wahrscheinlich jetzt voll der Fighter. Ach nee, ist schon vorbei. Okay. Jaja. Jaaaa. Ich glaube, das reißt man nicht mehr. Oh... Ah, wir können es vielleicht gerade so lang... Können wir noch so lange fahren, bis Luisa einmal gewonnen hat? Hahahaha. Aber so lange fahr ich nicht mehr mehr. Aber du hast es gerade so reingeschafft noch. Ja. Wäre fast die Zeit abgelaufen, gell? Jaja. Es waren nur noch zwei Sekunden oder sowas. Hahahaha. Hahahaha. Jaaaa. Was ist das mit dem... Oh... Mit diesen... Kehle aufschneiden. Kehle aufschneiden, das ist so. Immer diese martialischen Gesten. Das mag meine Luisa nicht. Die macht lieber love and peace. Ich mach wunderliebe. Feierabend und Ehrenser, dass ich reinschaue. Danke dir. Vielen Dank, Wizard. So, jetzt machen wir mal den... Warte mal... Der... Auf... Abflug. Abflug. Abflug wäre geil. Oh, der bleibt sogar noch dabei. Der andere. Ja, die denkt sich wahrscheinlich, oh, solche Noobs, so gewinne ich leicht. Also... Ich bin ja auch dabei. Hm. Aber ich mach so ziemlich meine letzte Strecke. Okay. Ja, aber... Das ist ja auch jetzt sage ich jetzt mal... Äh... Ja, man kann... Es kommt immer auf die... Auf die Strecke drauf an, wie gut man es erkennt. Hm. Was ist denn das für... Für wahre... Super Sportwagen. Oh. Okay. Da ist mein Tourismo Air jetzt dabei. Und... Warte mal... Ich weiß nicht, ob mein Winzer dabei ist. Keine Ahnung, aber ich glaube... Nur mein Tourismo Air. Was ich persönlich besitze. Der ist ja blöde Klasse. Ich versuche gerade noch ein paar Leute einzuladen. Ich lass die Zeit aber runterlaufen. Wenn dann halt niemand da ist, dann ist halt niemand da. Ja. Ist dann einfach so. Wenn das mit dem Einladen hätten sie auch echt... Bei mir ist kaum eine... Und... Ja... Ja, ist jetzt natürlich unter der Woche... Die Zeit ist natürlich... Ja. Die meisten arbeiten... Oder kommen gerade von der Arbeit wieder die 4Wizard... Der bei uns... Leute... Wir sehen die... Äh... Thema Schule... Sag mal Jesse... Der ist krank. Ja, der Jesse. Der ist nur krank. Ja, der Jesse. Der ist nur krank. Und diesmal bestätige ich auch den Krieger. Nee. Das tun wir mal auf den Becken. Komm, jetzt machen wir mal ein bisschen Wetter. Da bleibt mir auch nix anderes übrig als... Jesse mit dabei. Der Ander mit seinen Kontaktlinsen. Eieieiei. So, also Leute. Good luck and fair play. Und da sind jetzt 3... Nee, 4... 4 Krieger. Und einer hat einen anderen wahrgenommen. Wer hat einen anderen? Woll. Es wird ein Krieger. Ich hab den Krieger. Hey, ich hab ja den Krieger getradet bekommen. Von... ähm... Klanguni. Ihr habt aber... Nett Aktenvorsprung zu mir und ich... hab mal umgekehrt hier unten. Naja. Jetzt äh... ja. Du hast n... Was ist denn das, was du genommen hast? Frag mich nicht. Ich glaub n' Inus oder sowas. Du hast n' Inus oder sowas. Du hast n' Inus oder sowas. Ja. Du hast n' Inus oder sowas. Du hast n' Inus oder sowas. Ja. 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 Da sind dann totale Cracks. Na. Auf wennlichen. Lobbys. Das ist z'b Loser und ich nicht so richtig schön. Ah, naja. Jetzt sind wir schon mal durchgereicht worden zum 4. Platz. Downtownkiller, ja. Ein bisschen haben wir noch zum Downtownkiller. Ah, ich hab jetzt auch einen Unfall gebaut, weil ich... ...dachte ich muss versuchen hier im Kreise durch die Röhre zu fahren. Ja, ne, in der Röhre ist man meistens sogar besser die Lenkung erstmal in Ruhe zu lassen. Und wenn, ganz leicht nur zu lenken, aber da hab ich mich vorhin auch gedreht. Ich wollte halt wirklich wie in der Spirale da durch. Alex, danke, dass du mich vorbeigelassen hast, das ist lieb. Ganz Gentleman, der Alex. Wenn wir den Damen den Vortritt lassen, das ist schön. Der Ando ist schon durch. Der Ando ist schon durch. Der Ando ist schon durch. Der Ando hat's mal in der Kurve rausgenommen, ja. Ah, ich kann's doch noch beenden. Ja, man, schöner Sprung. Kriegst du hin, supi. Ja, ich glaub, das ist ein Ignis. Ja. Nicht mal lange. Schön. Aber Alex, dich hätte ich nicht mehr gekriegt. Wenn du dich da nicht in der Kurve noch gedreht hättest, hätte ich dich nicht mehr gekriegt. Immer mit dem Kehleaufschluss, das verstehe ich nicht. Ja, das ist so. Genauso wie mit dem Stinkefinger zeigen und so weiter. Das ist so. Warum denn? Na, aber nein, gut. Bin halt aus dem Alter raus. Schön, gratuliere, Jessie. Sehr gut. So, freier Motors. So, machen wir freier Motors, komm. Jetzt tun wir jetzt mal, wenn wir wieder noch ein bisschen money grinden, hör, mal geschwind. Ja. Der Alex geht ja jetzt wahrscheinlich eh auf. Ja, heute. Ja. Also Alex, war schön, dass du mit dabei warst. Vielen herzlichen Dank. Und auch, dass du dich dann doch auch in dem PvP so bemüht hast. War sehr gut. Und du siehst ja, also wenn man es mal probiert, das funktioniert doch. Ja, es geht doch einigermaßen mit dem PvP auch. Ich bin auch kein PvPler. Du hast ja gesehen, später habe ich mich total zusammenschießen lassen. Ganz bewusst. Bis morgen. Also wir hören uns auf jeden Fall morgen. Ja. Also Alex, ein gutes Nächtle wünsche ich dir. Ja. Also Ciao, vielen Dank. Ja. Ciao Alex. Bis denne. Ja. Bis denne. Ja. Ich mache jetzt mal eine Freundessitzung auf, Freundeslobby auf, weil ich bin jetzt wahrscheinlich in der öffentlichen Lobby. Neue Sitzung, Freundessitzung auf, geschlossen. Wird gestartet. Wird gestartet. Wird gestartet. Aber die Uploadrate ist unter. Ich habe 1,6 Mbit Uploadrate. Normalerweise ist beim Twitch meistens so 3,5 bei mir normal. Und ich habe gerade echt richtig schlechte Übertragungsrolle. Es kann auch sein, dass bei deinem Anbieter gerade einfach nur Probleme gerade gibt. Ja, das ist halt bei uns in der Wohnanlage. Weißt du, wir sind hier in der Wohnanlage. Wir sind ja eine Wohnanlage mit 360 Parteien. Also das ist... Oh, meine duscht. Schön. Ja, aber die laufen ja nicht auf einer Leitung. Ja gut, du hast trotzdem eine Hauptleitung, die hier. Ja gut, das sind mehrere Gebäudeteile, aber jetzt die einzelnen Gebäude an sich schon. Ja. Die Gebäude liegen auf einem Kabel, ja. Auf einer Leitung. Genau. Und wenn da halt viele... Und vor allem... Das Problem ist ja auch in der heutigen Zeit, keiner guckt mehr großartig Fernseher. Also jedenfalls hier so in meinem Umfeld, kaum jemand guckt noch Fernsehen. Du guckst, wenn Amazon Prime oder Netflix oder sonst wie. Und das geht halt alles über die Internetleitung. Und nicht mehr so, wie es halt beim Fernsehen ist, über die Kabelleitung. Weißt du, das ist halt noch das, was noch da zusätzlich kommt. Das ist halt aber auch nicht wahr. Weil wir schauen zum Beispiel Fernseher und bei uns läuft es auch übers Internet. Komplett alle, vielleicht? Ja, wir haben einen Internetreceiver, ja. Ah, okay. Ja gut, bei mir wird es jetzt zum Beispiel über Kabel noch laufen, das normale Fernsehen. Aber dafür haben wir halt auch einen Receiver, Netflix, Maxtone, FC Bayern TV und was weiß ich. Jetzt hör auf. Doch, doch. Es gibt einen FC Bayern Sender. Ja. Ach du liebe Scheiße. Finde ich voll geil. Mhm. Da weiß ich ja schon, wo ich... Da weiß ich ja schon, wo ich... Also ich bin in einer Freundeslobby gespawnt. Ich tue jetzt gleich mal Mischwaren exportieren, weil das bringt... Ja, ich werde gerade beitreten. Sehr gut. Ich verabschiede mich auch. Ciao. Ja, okay. Jesse, vielen Dank, dass du noch mitgemacht hast. War schön. Ja. Und dann denke ich mal, wir werden uns bestimmt morgen auch irgendwie auf dem Weg laufen, weil ja morgen das neue DLC, das Winter DLC von GTA Online rauskommt. Ja. Also, dann wünsche ich dir weiterhin gute Besserung und schlaf gut, gell. Also vielen Dank. Bis denne. Ciao. Ciao. So. Mein Freund, das nächste wird auch immer länger. Ja. Also ich bin da kein großer Fan von, aber es ist halt so, gerade wenn du am Streamen bist. Ja, alle mit denen wir heute gezockt haben, haben ja auch gleich eine Freundschaftsumfrage geschickt. Braucht kein Mensch. Ja. Das D4Wizard. Was D4Wizard sagt. Braucht kein Mensch. Bayern München TV. Wir bräuchten eher mal ein BVB-TV. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das ja auch schon in Dortmund oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, D4Wizard, gibt es ein BVB-TV? Einen lokalen BVB-Sender in Dortmund? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du anscheinend aus dem Stadion live übertragen irgendwie im Internet gucken kannst, aus dem BVB-Stadion. Ähm. Warte mal, was hat er noch geschrieben da? Aber gut. Bild.TV hat's. Na auch endlich hinter sich Ende des Jahres. Echt? Oh, das feiere ich. Also das feiere ich. Ah. Der Easy-Stretcher hat mir grad irgendwo ein Herzle neigestellt. Okay. Jetzt darf ich wieder aus dem Chat rausgehen, weil ich krieg wieder nicht. Also das Bild-Zeitung TV, da bin ich voll bei dir, D4Wizard, weil ich bin auch der Meinung, dass die Bild-Zeitung eigentlich nur Ressourcenverschwendung ist. Dass die überhaupt noch gedruckt werden darf. Aber gut, das ist auch nur meine Meinung. Ähm. Hoffen wir mal, dass Bayern-TV auch einsichtig sind. Ja gut, aber sonst haben wir ja noch ein BR, ne. Und außerdem, man darf nicht vergessen, wir haben in Bayern auch noch den Bayerischen Froschfunk, ne. Jeden Sonntag. Mit, äh, 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 Blaubeerenfrosch und, äh, Gustl Bayern haben wir. Haben wir auch noch in Bayern. Ja. Wobei das wahrscheinlich ein sehr viel besserer Content ist, als das alles, was der BR, äh, Bayerische Grunfunk macht. Bin ich vergessen, verlasse das Büro. Verlasse das Büro, ja. Ja. Warum? Weil du da nicht grad noch so unter Halde hast und dann rumgelaufen bist. Ja, 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 nee, 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 aber ich hab jetzt halt gemerkt, dass wenn du diese Mischwaren wegbringst, und es bornt ja immer an einem, ähm, Frachthaus, und dass du da trotzdem noch die Möglichkeit hast, äh, hast während der Mission schon mal reinzugehen und nochmal Kisten zu bestellen. Das nutze ich natürlich immer. Aber was mir aufgefallen ist, wenn du halt nur so ein bisschen auf der Lobby bist und dir Waren bestellst bei der, kriegst du immer drei Kisten. Machst du eine Mission, dann kriegst du immer eine Kiste. Nee, Waren bestellen jetzt bei der Loop zum Beispiel, bei dem, ähm, ähm, bei dem, äh, Frachthaus, wo immer die Lupe, äh, persönlich steht, hab ich jetzt die letzten viermal, ich hab mal drauf geachtet, eine Kiste jedes Mal bekommen. Okay, weil so ist es mir halt ein bisschen drauf gefallen. Nee, das ist random, das ist absolut random. Das ist wirklich Zufall. Ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr Glück-Prozenten für, für, ähm, eine Kiste und zwei Kisten, als für drei Kisten, dass da wahrscheinlich so ein Zufallsgenerator so ein bisschen mehr Prozente da drauf hat. Aber, ähm, eigentlich ist es Zufall. Ähm, die Frau Wissert hat noch geschrieben. Genau, ja, also nicht über 24 Stunden, ja, dieses BVB-Dings, weil mein Nachbar ist extremer BVB-Fan. Ich bin BVB-Sympathisant, weil, äh, ich bin ja mit, ähm, Dynamo Dresden-Wortmeister, äh, groß geworden von meinem Vater. Und Dynamo Dresden, wissen wir ja, ist schon ewig nicht mehr in der ersten Liga und da dachte ich halt nämlich die anderen Gelbschwarzen. Ne, BVB war halt schon eher, ist mir irgendwie von der Mentalität, äh, lieber gewesen als Bayern. Ja, feiere ich auch. Es ging nur auch überhaupt nicht mehr. Nicht mit Bayern TV und BR gleich sitzen. Bayern TV nicht mit BR gleich sitzen. Nein, äh, ich muss auch ehrlich sagen, äh, solange ich noch Fernseher geguckt hab, war ich sogar einer der, ähm, größten öffentlich-rechtlichen Gucker. Aber da dann hauptsächlich dann Arte, ne. Also Arte finde ich einen absolut genialen Sender. Mal abgesehen davon, dass der Arte diese, diese absolut bescheuerte, ähm, Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland versucht einfach mal zu kippen. Und das finde ich halt an dem Arte-Projekt absolut göttlich, ja. Eigentlich sollten wir solche Sender wie Arte, ja, die ja praktisch versuchen zwischen Deutschland und Frankreich so eine Brücke zu schlagen. Solche Sender bräuchten wir eigentlich wirklich öffentlich-rechtlich mehr, äh, mit unseren, äh, umliegenden Nachbarstaaten zusammen. Zum Beispiel, äh, da auch an der polnischen Grenze mit einem, äh, deutsch-polnischen Sender oder so. Oder, äh, an der technischen Grenze noch einen tschechisch-deutschen Sender oder sowas. Weißt du, wo immer dann auch die ganzen Sachen beleuchtet werden. Weil gerade auch beim Arte finde ich dann immer gut dieses, äh, Karambolage oder sowas, wo dann wirklich so, äh, äh, Eigenarten der einzelnen Länder beleuchtet werden und aufgeklärt werden. Finde ich total klasse. Und dadurch kriegt man halt dann einfach ein bisschen mehr Feingefühl auch für die anderen. Wie der Trinkerle, der Downtownkiller, der, der schwätzt zu viel, da muss er ein Trinkerle kriegen, hey. Dankeschön. Da liegen ja Welten dazwischen, ja, das stimmt, das stimmt. Wobei das Bayern TV, das hab ich mir noch nie reingezogen. Ach, ja. So, ich bin gleich wieder da. Alles klar. Sonderfahrzeuge, holen wir unsere... Ach ne, machen wir mal einen Ramp Buggy. Machen wir mal anders. Ach, ich hab doch außerdem, ich hab doch ein schönes Fahrzeug mir geholt, was ich eigentlich fast nie verwende. Ich hoffe nur, dass er hier spawnt. Ja, schön. Ich hab nämlich mir Kit von Knight Rider gekauft. Gibt's nämlich hier auch in GTA. Ach, schön. Wenn er jetzt auch noch so labern könnte wie Kit, wär das cool. Das hätten sie noch mit Ei bauen müssen. Der Ruiner 2000. Aber was mir negativ bei dem aufgefallen ist, dass er nur 8 Raketen hat. Ich weiß gar nicht, woraus der eigentlich die Maschinengewehre schießt. Ach, da. Okay. Gut. Und die 8 Raketen, die ihr hier vorne seht in der Stoßstange, sind die einzigen Raketen, die er hat. Und dann muss man den respawnen. Das ist halt echt ein bisschen nervig dafür. zahlst du 5,6 Millionen für das Auto. Also, wenn's nicht im Angebot ist. Ich hab mir ein Angebot gekauft. Jazzinator, tust du uns noch zum Einschlafen ein bisschen begleiten. Das ist doch schön. Sehr lieb von dir. Ja, hätten wir da bloß nicht geschossen, dann wär da nicht so blöd rübergefahren. Oh! Ein Mann und sein Auto. Night Rider. Ja, das war noch cool. Also, es war als Kind cool. Ich glaub, wenn ich's mir heute anschauen würde, würde ich mir nur denken, warum hab ich das als Kind so geil gefunden? Hast du'n dir gekauft? Ich hab'n jetzt. Ich fahr' grad mit ihm rum. Den Imponte Ruiner 2000. Ja, ja. Und ich hab'n Auto gefunden, was es nicht zu kaufen gibt. Das hab' ich mir auch auf der Straße geklaut. Ah, in der Spielhalle waren wir jetzt schon lange nicht mehr. Eine Frau und ihr Auto. ...dudududumu... Die For Wizard warst du auch ein Knight Rider Fan in deiner Kindheit? Weil ich glaube so Jesse zum Beispiel der kennt das Original Knight Rider wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig. Wer kennt das nicht? Das Original Knight Rider? Ja gut, du musst ja sehen das ist der Jesse bisschen jünger ist als wir. Wie alt ist der? Keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall unter 20 würde ich sagen. Ja das kommt ja heutzutage ja auch noch im Fernseher. Knight Rider ist so geil, sagt der Black on. Du hast morgen bis 15 Uhr Schule, du musst doch schlafen aber es ist lieb dass du noch da bist. Ja Knight Rider, ich weiß nicht welches Knight Rider du meinst, also ich kenne halt wirklich noch dieses Knight Rider aus den 80ern mit David Hesselhoff. Das ist, warte mal habe ich eigentlich schon den Casino heißt wieder angemeldet, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich auch, ja okay cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr das noch kennt. Aber wahrscheinlich wird es auch noch auf irgendeinen Sender laufen. Wie hieß die Foundation für Gerechtigkeit und Frieden oder sowas? Keine Ahnung. Wenn ich das mit heute meinen Erwachsenenkopf höre, lache ich mich da natürlich tot. Ich glaube in dieser Welt gibt es keine Organisation, die für Gerechtigkeit und Frieden eintritt. Die tun alle nur für Macht und Geld eintreten. Aber gut, wenn man jünger ist, da tut man da noch solche Ideale hinterherrennen. Ja Jesse, das wollte ich jetzt eigentlich. Ich versuche jetzt mal deine Persönlichkeitsrechte zu schützen. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Das reicht doch, wenn man wissen, dass du noch nicht 20 bist. Das ist alles gut. Jetzt tun wir mal einen Casino Raubüberfall. Ausspähen, tun wir das gleich mal ausspähen. Können wir eigentlich auch gleich machen. Ne, wir machen jetzt erstmal einen Telefonzellenattentat, dass wir hier mal Money grinden. Weil Mama braucht Geld. Aber ich freue mich, dass man endlich hascht. Dann kann ich ihn endlich aus der Garage rausholen. Dann kannst du ihn aus der Garage rausholen, ja. Du hast ihn nicht vor mir gehabt, nein. Ich habe ihn als erster gehabt. So, und ja, ich habe jetzt aber damit halt ein Problem bei GTA, weil ich habe eigentlich nichts mehr, was ich mir kaufen will. Aber das war meine Möhre in GTA, der Imponte Ruiner 2000, der hier steht. Den wollte ich immer haben. Das war so am Anfang, habe ich gesagt, so den, den. Also wenn ich den dann habe, dann kann ich GTA spielen, aufhören. Mache ich jetzt aber trotzdem nicht. Dafür gibt es ja morgen das Winter-DLC. Das sind genug Gründe, das nicht zu tun. Habe ich heute schon gedreht? Ich glaube, ja. Ich habe heute schon gedreht. Ja, stimmt, war immer um 2 Uhr. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich den habe. Ach, jetzt bin ich natürlich genau in das Auto, Nike fahre, wo ich gesagt habe, das gibt es nicht zu kaufen. So einen Kleinwagen, den du auf der Straße klauen musst, sonst kriegst du den nicht. Da hatte ich nämlich extra welche Beauftragte nachzuschauen, weil ich habe den nirgends gefunden, diesen Kleinwagen. Das ist ein kleiner Blister. So, wir stellen uns mal ganz kurz den, äh, parken den da schön hin. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hier haben wir nichts, haben wir nichts gescheites. Haben wir nichts gescheites. Oh, das sieht nach einer Übermacht aus. Nee, ja, dann komm, dann gib mal den ab. Ja, du hast jetzt die Aufsparte. Gib mir dein Auto. So. Wir gucken nur kurz danach. Alles gut. Ach, das ist jetzt auch noch ein Auto, was der Simeon haben will. Nein. Ich muss zum Hafen fahren damit. Ich wollte es doch nur abgebe, geschwind bei Alice Castles. Ja, Risa, dass du immer die falschen Autos klauen musst. Das ist nicht schön. Und ich stehe kurz vor den 150 Millionen. Das werde ich diese Nacht, denke ich mal, noch hinbekommen. Ah, Mann. Ach, Frau und Autofahrer. Wann hat das schon mal funktioniert, wenn die Polizei sagt, stop your vehicle? Wann hat das schon mal in Amerika funktioniert? Kennt man ja von diesen Hubschrauber-Verfolgungsjagden, dass das nie funktioniert. Warum sparen sie sich diesen Spruch nicht einfach? Stop your vehicle. Na klar, wenn jemand mit Pistole im Anschlag das sagt, da halte ich natürlich an. Logisch. Okay, dann gute Nacht. Leg mich jetzt hin. Black on, schön, dass du im Stream dabei, also hier im Chat mit dabei warst. Vielen herzlichen Dank und schlaf gut und bring morgen deinen langen Tag gut über die Runde. Und das ist nicht so anstrengend, das wünsche ich dir. So, schön verchromt. Ne, chrom. Da machen wir mal chrom drauf. In Sekundärfarbe machen wir. Ähm, beteilig. So was Beißendes, irgendwas Beißendes. Obwohl, Lila ist schön. Lila ist schön, genau. Jetzt mache ich noch ein paar ULP-Missionen. Die ist ja auch, bis jetzt auch noch. ULP-Missionen, also da, wenn du die machst, dann lasst du uns zusammen machen. Okay. Dann lasst du uns zusammen machen. Weil die habe ich vorhin angefangen, wo du genächtigt hast. Ach so, okay. Ja, weil die sind schon anscheinend recht knackig, sollen eigentlich totaler Rotz sein. Und deswegen macht sie auch noch. 80.000 für 5 Minuten. Also ich bin jetzt gerade beim Runterfahren zum Simien, will aber noch ein Telefonzellenattentat machen. Ja, mache ich jetzt auch noch. Ja, okay. Und dann probieren wir mal diese ULP, die haben ja komischerweise doppelt Money drauf. Das hatte überhaupt niemand auf dem Schirm. Also kein Streamer oder YouTuber hatte das auf dem Schirm. 80.000 kriegst du pro Mission und 18.000 XP. Okay. Das hört sich ja fast brauchbar an. Okay. Ich habe sie echt noch nie gemacht. Ich habe sie nur mal geguckt. Ähm, Klingoni hat sie mal gemacht. Da hatte ich mal zugeschaut. Ähm, ach so, jetzt fahre ich schon mit dem Auto falsch. Ja. Sagen wir mal so, die letzte, wo ich gemacht habe, die habe ich verkackt. Okay. Äh, da musste ich am Anfang erstmal 5 Störsender kaputt machen, die, ich sage jetzt mal, gefühlt 6 bis 8 Kilometer auseinander waren. Ja, das habe ich auch gehört, dass du das so viel fahren musst. 10.000, für das bisschen 10.000, ach, das regt mich auf. Und, äh, dann hat es mich schon ein Teamleben gekostet, weil dauernd Helikopter gekommen sind und allem drum und dran. Äh, und dann musste ich ja noch einen Wagen wegfahren und dann haben sie mich halt aus dem Wagen rausgeschossen. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ne, die OEP sind schon mindestens zu zweit und ich glaube ich schon besser. Ja, alleine sind die echt schon. Habe ich, ja. Also ich habe nur gesehen, damals, dass es rausgekommen ist und dieses Stretcher hat es allein gemacht, Alter. Der hat sein, der hat seinen Controller durchs Zimmer geschmissen, Alter. Ja, ja. Ja, ja. Es ist echt. Deswegen brauche ich, äh, na, muss ich mir vor Weihnachten meinen neuen Controller kaufen, weil das bei mir öfters passiert. Ob es jetzt bei FIFA ist oder bei GTA, wenn ich da echt was möchte und dann ist der Kack. Ja? Ja. Ja, und da gibt es halt schon ein paar Macken in der Wende und so. Der letzte, der Vorgänger von dem Controller, wo ich jetzt habe, der ist, äh, aus dem Dachfenster geflogen. Also das Maximale, wo ich ihn mal hingespisselt habe, war hier aufs Sofa. Meistens, äh, tun sie bei mir eher, weil ich dann irgendwie auf dem Sofa liegend einpenn und dann fliegen sie auf dem Boden. Dadurch gehen sie oft bei mir eher kaputt. Aber halt, äh, ohne Dach. Nee, bei mir ist er aus dem Dachfenster rausgeflogen, aber bei uns wohnt er in den Garten auf die, äh, Bettung platten. Und danach bin ich runter und durften in 30.000 Einzelteile zusammensammeln. Ja. Telefonzellen einfordern. War jetzt Werbung gewesen, okay. Ja, ich sehe es jetzt gerade, dass 20 Minuten keine Werbung kommt, ja. Äh, Jesse, wie viel Werbung hast du jetzt eigentlich gesehen gehabt? Wird mich mal interessieren, weil ich hab letztens mal bei einem Stream, äh, bei jemandem fünf Werbungen gesehen und, äh, jetzt würde mich das mal interessieren, was, was bei mir denn eigentlich kommt. Dass die nicht überall jetzt auf einmal fünf Werbungen schalten. Weil ich hab sonst meine Werbeanzeige halt da, äh, mit die Four Wizards Hilfe da eigentlich ziemlich runtergestellt, dass ich hier halt hauptsächlich Bannerwerbung hab. Vier Werbungen, haben die in Vollschaden? Haben die in Vollschaden, Alter. Also Twitch wird auch nur dreist, du halt. So, ich hab, äh, eines der besten Attentate, die man haben kann. The Judge. Jaaaa, ich halte die 10 Personen aus, ist auch recht gemütlich. Schalte die Zielperson aus, hast du bei jedem. Jaaaa, äh, denkst, äh, ich glaub, das ist der Mitgründer. Mitgründer, ja, aber da ist zum Beispiel das Problem, dass du, äh, ziemlich viel Zeit brauchst durch dieses Auschecken von dem. Ja, durch das Checkout. Ja, deswegen ist der mit einer der längsten, zwar auch eines der lockersten Attentate, aber mit einer der langwierigsten Attentate leider. Am nervigsten finde ich immer noch Popstar. Nö. Mit Streifenwagen 1a. Streifenwagen geht noch, aber sonst, äh, äh, das, äh, Lowrider. Zugmaschine ist echt. Ist echt nervig, aber Lowrider geht noch, aber Zugmaschine ist halt echt. Nervig. Zugmaschine mach ich lieber als Lowrider. Was, was soll man hier eigentlich machen? Golffleger. Mit einem Golffleger soll man die ein bisschen streicheln. Okay. Aber danke, Jesse, für, für das Feedback. Danke. Weil, wie gesagt, ich kann das bei mir, ich hab schon überlegt, ähm, ich könnte ja theoretisch über meinen SmartTV in Twitch reingehen. Dann müsste ich eigentlich theoretisch die gleiche Werbung sehen wie ihr. Weil ich hab schon überlegt, ob ich mir einen zweiten Account, äh, mach, aber das ist ja viel zu kompliziert. Und eine, fünfzehn Sekunden, das sind dann viermal, das sind sechzig Sekunden. Okay. Ähm. Auch schön. Ja, konzentrieren Sie sich erstmal auf Ihren Schlag. Jaja. Check. So, sehen Sie, so schnell geht es. Ein Schlag langt doch bei der. Ja, wenn, wenn sie am Abschlag steht, einmal draufhauen. Ja. Wenn sie am Abschlag steht. Aber sonst, wenn sie sich über, äh, bewegt, brauchst du normalerweise zwei Schläge mindestens. So, jetzt hab ich ein, äh, ich schau noch kurz in meinen Nachtclub, weil ich jetzt gerade zu dem hinfliege. Ich, nicht, dass ich da jetzt auch noch was Interesse an das Spiel hatte. Ne, Interesse an das Spiel hatte hat 5.000. Okay. Müssen wir jetzt mal gleich in den Nachtclub gucken. Weil ich grad sehe, dass du mit der Oppressor da warst. Warum bist du nicht mit der Oppressor bis zum Abschlag gefahren? Und hast du jetzt dann umgehauen und bist dann direkt ruf und weg? Weil das, ähm, normalerweise die Sicherheitsleute, ähm, alarmiert. Nö, ich, ich fahr ja auch mit meinem, äh, Auto immer bis, wenn ich mit Golfläger, oder bis so, bis neben dran hin. Und dann, äh, erschlag ich sie kurz. Also ich hab da, äh, schon schlechte Erfahrungen gemacht damit, mit eigenem Fahrzeug oder Oppressor oder sowas dahin zu fahren. Da hab ich den Bonus dann nicht bekommen und deswegen, ich mach's halt immer gleich so, wie ich einen Bonus bekomme. Okay, weil ich fahr da immer bis zu der Person hin, erschlag sie kurz, steig einfach weg. Checkout, endlich! Ah, ich hab auch eine Rausschmeißer-Emission. Oh, das passt perfekt, 25% grade weg und die Rausschmeißer-Emission bringt 25% Beliebtheitszuwachs, das ist wunderbar. Ach, ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. So. So. So, jetzt haben wir die wieder weg. Weil da steht einer besoffener unten an der Rampe, den müssen wir rausschmeißen. Was machst du hier? Kein kostenloses Bier für dich. Raus aus dem Club. Ich muss sagen, das sind nur leere Kästen. Das sind nur leere, das ist nur Pfand. Ja, gut, dann klaute unser Pfand. Nee, nee, das machen wir nicht. Besser wie die vollen Flaschen. Da machst du mehr mieser, wie wenn er dein Pfand mitnimmt. Ja, ja. Ach, das wird nicht mal losfahren. Das muss man auch noch mal gegen die Leute. Schupitupituuu. Aber das freut mich auf jeden Fall. Das, was der D4Wizard da vorhin reingeschrieben hat, dass die Bild-Zeitung dieses Bild-Zeitung-TV-Format einstellt. Das finde ich ja schon famos. Ein Stückchen bessere Welt. Das ist schön. Irgendwann schaffen wir es auch noch, auch die Bild-Zeitung aus dieser Welt zu bekommen. Ach du liebe Scheiße. Ne, gut, okay. Der Club muss noch nicht verkauft werden. Dann tue ich mir jetzt le... Schau mal, wie sieht es denn bei Snacks und Panzerung aus? Panzerung... Oh, Panzerung können wir. Snacks müssen wir nicht, aber Panzerung können wir. Ja, wenn ich jetzt Panzerung auffülle... Du kannst jetzt 20 Panzerung, habe ich dir ja schon gesagt. Ja, ja. Okay. Aber wenn ich jetzt mir Panzerung mache, dann tue ich auch immer gleich automatisch Snacks auffüllen. Ja, ich rufe jetzt nur einen Franklin kurz an, dass der mir noch irgendwo einen Rucksack deponiert. Und dann wäre ich bereit für die ULP-Missionen. Die haben wir ja noch nie gemacht. Das wäre ja wirklich Weltpremiere bei mir auf dem Kanal. Also Weltpremiere deswegen, weil ich dann zum ersten Mal diese ULP-Missionen mitspiele. Und das ist eine Weltpremiere. Aber ich finde es halt schön mit einer 80.000. Ein paar Minuten Arbeit. Ja, aber das sind die Telefonzellenattentate trotzdem noch in Tabla. Ja. Du machst jetzt, ich sage jetzt mal, 10 Minuten an der ULP-Mission. Dann kannst du schon wieder 10 Minuten später... Bin mich mal interessiert, ob noch 10 Minuten in der ULP-Mission. Da bin ich mal interessiert. Ich habe sie vorhin alleine gemacht. In 10, 15 Minuten alleine. Okay. Ja, du weißt ja, ich bin kein guter Spieler. Da dauert das immer ein wenig länger. Franklin, wir rufen dich an. Jaaaa... Da haben wir halt ein Team-Däden. Unbegrenzt Zeit, aber nur ein Team-Däden. Let me get you the supply location now. Können wir hier schon mal den Stil verändern? Weil wir brauchen ja bestimmt irgendwas... ...kampfiges. Oder kriegt man da zusätzliche Klamotten für die ULP-Mission? Ne, äh... Ja, da tust du... Du verlässt die Lobby und dann äh... ...tust du... äh... Kannst du ausfüllen, was war's? Ähm... Ja... Ah... Jetzt grad... Weil ich mir jetzt zum Beispiel für Louisa so ein... ...äh... ... schönes Kampf... ...Zeugs gekauft hab, was ja auch wirklich dauerhaft schützt. Und das ist dann halt echt besser. Hab ich ja auch. Hab ich ja auch. Äh... Weil das war ja... ...Vorgabe bei uns in der Crew. Dass man da... äh... ...mh... 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 Ich glaub ich geb noch mal einen rauchen, bevor... Tust du noch mal einen rauchen? Ja, da leid. Bevor wir da jetzt anfangen, ja. Okay, dann... ...zum Tumash Bunker und tun noch... äh... ...en Dune Lauder... ...äh... ...verkauf... ...und wenn du dann bereit bist, äh... ...gefahr ich kurz zur UPL hin... ...äh... ...und dann tue ich dich kurz einladen. Machen wir das so. Okay. Also geh erstmal eine rauchen. Bis gleich. Bis gleich. Dann gehen wir jetzt mal zu meinem Bunkolle. Oder was heißt gehen wir? Fliechenau. Und wer ist noch alles da im Chat? Alle noch bereit? Für ein bisschen Spaß? Jetzt gucken wir mal. Vielleicht sind's unsere Vorräte schon durchproduziert. Däh-äh-äh-ähak. Die Vorwisser dankeschön. Schön. Wann machst du weiter mit deiner UBS Kneipe? Gut, wahrscheinlich wirst du jeden Abend dran arbeiten, aber wann machst du das mal wieder streammäßig? Gut, ich werde heute wahrscheinlich auch nicht so alt werden, weil ich ja morgen fit sein muss für das Winter DLC, was für GTA Online rauskommt, da darf ich heute nicht so lange machen. Eventuell gleich, okay. So, Ammonition, oh das ist schön, das ist sogar die kurze Strecke, schön. Ah, die Verwisserte, ich habe es mir jetzt leider auch angewöhnt, während des Streams jetzt auch wieder ein Wohnzimmer zu rauchen, weil das ganze weggerennen immer in die Küche, während des Streams war einfach nicht hinnehmbar. Wenn man Jurassic World hat oder sowas, die Leute in der Zwischenzeit vielleicht schöne Dinos gucken können, geht das vielleicht noch, aber bei GTA ist es halt immer blöd. Und ich habe jetzt aber herausgefunden, wie ich praktisch beide Hände am Controller halten kann und trotzdem dazu rauchen kann. Das ist einwandfrei. Wie ist denn das eigentlich am Freitag? Am Freitag wolltet ihr doch Bärenhummel und du und ich weiß jetzt nicht, wer da noch mit alles dabei ist. Also ich wollte da eventuell zugucken, weil ich habe überhaupt keine Rollenspielerfahrung und dieses Pen and Paper Rollenspielerfahrung habe ich überhaupt nicht. Wie seid ihr da vorangeschritten? Weil da war jetzt auf dem 16. hatte ich mir aufgeschrieben. Freitag war doch irgendwie was geplant mit Rollenspiel oder? Oder täusche ich mich da? Also so hatte ich es mir jedenfalls aufgeschrieben. Weil sowas vergesse ich auch immer. Wenn ich es mir nicht aufschreibe, kannst du das vergessen bei mir. Genau abends so ab, ich kann ca. 23 Uhr. Ah, fangen wir an. Okay. Gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, weil das hatte ich jetzt nicht mitbekommen. Ich hatte gestern mal beim Bärenhummel war ich im Stream drin. Da hat er mal sich an Red Dead Redemption 2 versucht und ist aber so verzweifelt, dass es abgebrochen hat. Also er hat mir schon leid getan, aber er war aber auch ein bisschen kniesig, glaube ich, mit dem Spiel. Er ist nicht so richtig warm geworden. So, da können wir uns wieder in die Stadt teleportieren. Martin, äh, Ron. Aber ich müsste bei Red Dead Redemption 2 vielleicht sogar 22 Uhr. Oh, cool. Also ich halte auf jeden Fall dann freitags die Augen und Ohren offen. Läuft es dann eigentlich nur rein auf Blaubärenhummel? Äh, auf Blaubärenhummel? Bärenhummel sein Kanal oder macht ihr parallel? Oder läuft es auf deinem Kanal? Wie wollt ihr das dann machen? Wisst ihr das schon oder müsst ihr euch da noch absprechen? Also nicht, dass du hier irgendwelche Geheimnisse verrätst oder sowas? Oder ich lasse mich einfach überraschen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Okay, ja, alles klar. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich bin auf jeden Fall da sehr interessiert. Kennst du dich aus, ähm, Downtownkiller? Mit, ähm, Pen & Paper? Ähm, Quest, wie heißt's? Rollenspiele? Nee. Also ich werde wohl auch streamen und Bernhunde auch streamen. Keine Ahnung, ne? Aber da wird ohnehin erst mal nur ein Anfang gesetzt. Okay. Gucken wir mal, ob wir schon wieder neu bestellen können hier. Minus E. Minus E. Minus E. Ne, ich hat's schon richtig gelesen. Minus E. So. Was mir jetzt leid getan hatte, der Rehosco, der hatte jetzt heute auch wieder, ähm, Crusader Kings 3 gestreamt. Und ich wollte da eigentlich dabei sein, aber jetzt hatte ich, äh, heute halt auch meinen Stream geplant. Was ist denn das? Das hier? Ist das ein exotisches Fahrzeug, oder was? Was hier steht? Ähm, also wenn du jetzt da bist, dann können wir ja gleich in das ULP reingehen, genau. Bevor ich jetzt wieder... Wird ein exotisches sein. Ja, ja, das wird ein exotisches sein. Das siehst du ja auf der Karte, wenn du auf die Karte gehst, dann auf den Planpunkt gehst. Ja, ja, genau. Weiß ich. Weiß ich. ULP, ULP, wo war denn das da hinten? Ja, du kannst da bleiben, wo du bist, weil ich kann, ich lad dich ein. Mhm. Weil wir von langen ja hier bin. Ja, wir wollen ja auch mal gucken, wo das ist. Die will doch auch mal gucken, wo das ist. Das siehst du ja auf deiner Karte? Ja. Ja, ich war mal nicht. Da war noch nicht. Ja, ich bin ja da. Ja, ich bin ja da. Guck mich nicht zu blöd an. Was? Warum habe ich jetzt einen Stern? Ich habe doch nur jemanden mit einer Waffe bedroht, das ist doch kein Grund, einen Stern zu bekommen. Zieh mich mal bitte schnell rein in die Mission. Larissa hat irgendwie Blödsinn gemacht. Aus aktueller Sitzung. Zack. Ah ja, jetzt haben wir die Einladung. Ja, muss ich 200 zahlen, ich weiß. Ja, auf die 200, oder erst mal, ja. Sag ich jetzt mal Geschisse. Hm. Ja. Anfangswaffe, unbewaffnet, Schlagring, Kanister. Schwer ist schon mal gut. Oh, 148.800.000 habe ich. Das heißt, noch 1,2 Millionen fehlen mir zu den 150 Millionen. Ah. Scharfschütze bist du jetzt. Ich bin ein Scharfschütze. Die wissen aber schon, dass ich schlecht im Snipern bin. Agent. Ne, wir können keine eigenen Ausrüstungen nehmen. Es sei denn, du hättest vorhin ein Ei gestellt. Ne, ne. Ich mach nichts aussehbar. Mhm. Äh. Bereit zum Spielen? Aber mir steht nicht bereit, okay. Mhm. Dann muss ich mir das VOD anschauen von Riosco. Ach, Mensch. Schön. Und jetzt haben wir dieses Assi-Auto. Genau. Das habe ich mir letztens auch in einem Angebot gekauft. Haben wir nicht? Dann nehmen wir halt da jetzt. Okay, ich komm. Assi-Auto benutzen. Oder brauchen wir da andere Autos? Äh, warte mal kostbare. Äh, wir müssen jetzt erstmal, äh. Ja, jetzt habe ich mal. Ah, das kotzt nicht an. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt meine, äh, Opressor vergessen. Brauchen wir Opressor oder was? Wäre hilfreich für die Pilesender, weil die immer auf Dächer sind. Und da hat man halt die Raketen. Rauchen tut man sie nicht, aber... Na, fahren wir halt mal mit dem Autolähne. Oh, komm. Ja. Müssen wir uns halt durchschießen. Ja. Für einen Stream ist das vielleicht interessanter, als wenn wir da nur mit unseren blöden Drecksmopeds rumfliegen. Null Teamleben, hast du ja gesehen. Null Teamleben. Ja, da müssen wir aber sparen. Mit unserem Leben. Ist das jetzt unten drunter oder drüber? Unte drunter? Ne, oben. Ne, ne, die sind oben auf dem Dach immer. Mhm. Aber hier rennt immer einer unten rum. Oder zwei diesmal. Ja. Ähm, vielleicht schallgeschützte Waffen nehmen, oder? Ne. Jetzt habe ich mal eine schallgeschützte genommen. Ich habe auch einen Schalldämpfer eigentlich drauf. Ja, aufs, äh, aufs MG würde ich jetzt keins drauf nehmen. Ah, ne, ich habe das MG gerade in der Hand, okay. Ja, weil du hast, ähm, Gefechts-MG drauf. Ich glaube, da gibt es ja auch noch keinen Schalldämpfer für das. So, und der Sender ist... Runter, 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 jetzt gehen wir runter. Ich habe einen Sender schon, äh, mit Norddings versehen. Kommst du zu mir, bitte? Ja. Ich bin hier vorne an der Tier, wo wir... Falsch. Ich will mal sehen, wo der ist. Ach, da hinten ist er. Ach, das ist so ein Gestell. Okay. Ja, das ist so... Die sind auch so auf Dächern rumgestellt. Deswegen die ganzen tippen. Mhm. Aber die Oppressor wäre halt auch nicht so geil, weil, ach, äh, weil jetzt kommen dann Helis. Also, Agent, tut mal rein. Hattest du, äh, sag mal, da war doch ein Video davor, oder? Hm? War da eigentlich nicht normalerweise ein Video, wenn du die OLP-Mission startest? Äh, bei der ersten Mission war ein Video. Ach so, wir machen das nicht von Anfang an? Nee, das ist halt fisch. Ich hätte es halt gerne mal von Anfang an auf Video gehabt, auf Band. Hast du es nicht von Anfang an starten können? Nee. Ja, okay. Schade, schade. Weil da gibt es doch dann so ein Vereidigungs-Ding, so ein Vereidigungs-Ding, so ein Vereidigungs-Video. Wo so witzig auch die Vereidigung ein bisschen von solchen Agenten ein bisschen hops genommen wird. Es wundert mich, dass noch kein Heli da ist, weil vorhin, wo ich alleine gemacht hab, waren immer Helis gleich da. Ja, vielleicht, weil wir so sneaky waren. Ja, ich komm. Ich bin ja nicht so schnell wie du, bin ja ein alter Mau. Du bist ne junge Dame. Die ist jung, aber ich nicht. Und ich muss dir ja sagen, was du zu tun hast. Da ist der Paisländer. Warte mal. Ich will auch mal einen zerstören. Ja, ich tue immer, ich tue immer Dings. Entschuldigung, zum Glück kein Leben dran. Nee, Haftbombe ist zu teuer. Ja, jetzt kommt der Heli. Haftbombe ist zu teuer. Jetzt kommt der Heli aufpassen. An's Leben denken. Ja. Jetzt hau mal erst mal Snacks. Bei mir ist alles voll. Ich tue jetzt mal einen Ping setzen. Mal mal. Auf D. Haben einen Ping gesetzt. So, und jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwie den Hubschrauber erwische. Ob du das jetzt bei meiner Fahrweise hinbekommst, weiß ich nicht. Naja, vor allem ist es ja an einem Busort. Das heißt, ich habe keine Auto-Aim-Ziele außen sitzen. Wird ein bisschen schwierig. Aber so mit deiner Fahrweise kriegst du das hin. Das ist ja das Schöne, wenn man einen Kuruma kennt, dann ist der auch was. Ja. Wenn man weiß, wie man mit dem umgeht. Wenn man mit dem viel fährt, dann weiß man, wie man mit dem umzugehen hat. Aber die AP, die automatische Pistole ist einfach glücklich. Keine bessere Pistole als die AP. Okay. Jetzt bleiben wir mal kurz stehen. Ähm. Ich will kurz den Heli runterholen. Jetzt kann ich wieder nicht schießen. Ah, jetzt hattest du vorne drin. Ja. Alles gut. Ich habe nicht untermeiden, die Ressource-Rech-Fletchling-Democratien. Es war jetzt nur, dass ich kurz den Heli runterholen könnte, dass wir da jetzt in Ruhe hochkommen. Oh, ist das das Parkhaus? Nee. Das ist hier oben auf dem Dach. Wo geht es denn da hoch? Ja, dann müssen wir gucken, wo die Treppe ist. Hier innen drin. Ja, da. Ja. Ja. Äh. Geht mich ganz auf. Super. Ach, da ist es jetzt. So. So. So, ich habe einen. Den einen jedenfalls. Jetzt komme ich dir nach. Ähm. Lovisa Kühle, stuben. Bitte. Danke. So. Noch mal da auch hinten waren. So. Jetzt gehen wir wieder runter. Jetzt haben wir wieder einen Heli. Ja, jetzt gehen wir wieder runter. Ach, blöd. Ich habe eine Zielsuchende genommen und die war noch nicht getrackt. Jetzt. Okay. Weil ich habe schon gesetzt. Jetzt bringen wir uns in Sicherheit. Ähm. Ich habe eine Haftbombing schon drangelegt. An der. Das ist doch nicht so teuer. Das Haftbombing sind so teuer. Wenn man die jetzt zerschießen kann, kann man das doch sparsamer machen. Wir müssen doch sparen. Aufs Winter DLC. Ich spare. Achso, ich habe keinen Pink gesetzt. Warte mal. Ja, du hörst alles klar. Das habe ich jetzt nicht so schnell geschalten. Ja. Blöde Feuerwehr, oder? Ja, rechts wäre man vorbeigekommen. Dafür, dass der Kuruma so schwer gepanzert ist, ist er trotzdem schnell. Es ist cool, dass ich einen Tag vor dem Winter DLC zum ersten Mal das, was mit dem Sommer DLC gekommen ist, ausprobieren. Oh, da ist auch schon ein Hubschrauber. Warte mal. Warte mal, bleibst du stehen. Ähm. Ja, dann lauf rein. Hä? Ach, die sind oben. Die sind oben. Die sind oben, die schießen von da oben runter. Ja, immer oben. Die schießen von da oben runter. Oh, ich glaube schon falsch. Wo ist die Leiter? Also, ich habe einen erwischt irgendwie. Wo ist jetzt die Leiter? Ähm. Weiß nicht. Oder müssen wir durchs Haus durch. Da oben habe ich nichts gesehen. Ne. Ja, dann schauen wir mal. Da oben habe ich jetzt auch nichts gesehen. Manche hier außenrum vielleicht. Das kann sein. Ne. Ich schaue mal andere Seite lang. Ja. Genau. Ah. Oh. Ich werde zusammenballert. Das ist gut, weil ich bin ungeschützt. Ähm. Warum fährt mich jetzt ein NPC hier zusammen? Wenn du denkst. Die Deckung brauchst. Ich bin da. Aber wir haben uns im Zugang gefunden, glaube ich. Ja. Ja. Dahinten. Warte mal. Da ist noch einer. Den mache ich noch platt. Gut. Wollen wir jetzt hier hier hoch? Ne. Ne. Hier hoch. Da wo die Typen waren. Logischerweise. Ich habe nicht gesehen, wo die sind. Ah. 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 Irgendeiner hat mich. So. Jetzt habe ich ihn erwischt. Und den Sender mache ich jetzt leer. Dann gehe ich gleich runter. Auto. Gut. Jetzt kommt der Hubschrauber wieder. Ich bin auch gleich unten im Auto. So. Muss noch. Snack. Gut. Passt. Ja. Los geht. Ich tue jetzt den Pink fixen. Ich tue einen Pink. Ja. Genau. Alles klar. Letzter Punkt. Danach haben wir den genauen Standort des Lieferwagens, wo wir noch holen müssen. Und dafür dann 80.000? Mhm. Mhm. Also sprich, es werden ja dann dafür nur 40.000 normalerweise. Ja. Normalerweise. Also das lohnt sich euch nicht. Ach, in deinem Kuruma sind wir ja sicher eigentlich vor den Schüssenverwamping. Ja. Einigermaßen. Ja. Wie gesagt, ich halte mit meinem Kuruma Minimum 10 Minuten Verhandlungsstufe Level 5 aus. Wo ich dann Fred, Freunde, Eierkuchen weiterfahre. Schön, dass du da bist. Ich habe es schon gesehen. Ich habe Crusader Kings verpasst. Tut mir leid, aber ich wollte heute nochmal vom Winter DLC was kommt. Wollte ich heute nochmal ein bisschen GTA streamen. Und hat da auch schon alle Bescheid gegeben und wir haben dann auch schön ein paar Multiplayer gemacht. Und da habe ich dann, als ich dann reingegehen wollte, habe ich dann gesehen, scheiße, du streamst auch mit Crusader Kings. Hattest gar nichts gesagt. Das ist ja das Schöne, du kannst hier drinnen hocken bleiben, wirst nicht getroffen und kannst die anderen schön abschließen. Das ist der Vorteil am Ruhm. Ja. Der große Vorteil. Ja. Ähm. Ach, jetzt, ey. Riosco, wie war dein Stream? Ich hatte ja gesehen, dass du mal 5 Leute hattest. Das war ja fein. War ja schön. Ah. Okay, das nächste Mal sprechen wir ab, wer den Hubschrauber macht. Ah, haben wir es jetzt beide gleichzeitig gemacht? Ah, geh weg, geh weg, geh weg. So, wir hatten beide gleichzeitig gemacht. Dann kann man gleichzeitig gemacht. Ich habe ja bei einer Rakete verschwendet. Ähm. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken. Wo waren hier die, die Treppe dahinter. Das ist ja immer gefährlich, die Treppen hier. Nun der Flutsch. Ähm. Ja, bin auch leider zum Himmel rüber geradet. Zum Hummel rüber. Und weil ich glaubte, dass Ziv für die CLK-Leute interessanter war. Ja, das ist ja auch richtig so. Das ist ja absolut richtig so. Das ist, äh, glaube ich, ein totaler Kulturschock, wenn du, ähm, von Crusader Kings Streit, äh, auf einmal zu jemanden, äh, streams, der gerade GTA, ähm, streamt. Also das, das passt absolut nicht. Also da habe ich vollstes Verständnis für. Also bitte. Waren 10. Uh, schön. Hast viel verpasst heute. Oh, da muss ich mir das BOD anschauen, hey. Aber ich kann heute auch nicht so lange machen. Weil morgen ja das neue Winter-DLC rauskommt. Und, äh, da weiß ich jetzt noch nicht, wie ich da morgen da involviert bin. Ich weiß nicht, ob ich dann, äh, eventuell noch, äh, meinen Lieblings-GTA-Youtuber hoste. Ich hatte den heute jetzt mal angesprochen, ob das mit ihm d'accord geht. Da würde ich das zum ersten Mal probieren, einen anderen Sender auf meinem Kanal zu hosten. Aber bis jetzt habe ich da noch keine Nachricht bekommen. Nee, da muss ich mir mal das BOD anschauen. Aber natürlich kann ich dich dann im BOD nicht so schön anfeuern. My estate. Da vorne haben wir dann gleich den Lieferwagen. Ja. Da musst du dann halt den rausballern. Ja. Der Löse ist schon bereit. Religion, das schottischen Großreich. Oh, das ist schön. Eigene schottische Religion, das schottische Großreich. Das ist doch schön. Ja, da habe ich viel verpasst. Das nervt mich ein bisschen jetzt. Ah, warte mal. Na. Immer wenn ich ihn im Visier habe. Ach, da kann man auch von hinten schießen. Den kann man auch schon hinten schießen. Schön. Dann bleibt einer drin, einer... Ne, einer als Beifahrer am besten. Einer als Beifahrer, weil der hat Auto eben. Immer einen Beifahrer nutzen. Ohne Scheiß. Ja, wenn du mich noch weiter überfährst, haben wir das gleiche. Ach so, du warst. Oh, Entschuldigung. Und ich habe jetzt auch noch die Tür abgefahren. Excuse. Ja, das ist das kleinste Problem. Inventar, Panzerhocken. Hosting gibt es doch nicht mehr, dachte ich. Hosting gibt es nicht mehr? Okay. Wusste ich jetzt auch nicht. Okay. Weil ich dachte, das gibt es noch. Warte mal, jetzt machen wir auch schon die Mission hier. Ja, ja, ja. Oh. Shit. Kann man hier irgendwie... Ist da nichts offen? Nein. Das wäre schön. Das war schön, wenn ich mir jetzt nichts offen habe. Ja, jetzt habe ich so offen. Danke dir. Und es kam auch... Guck mal. Ein Moment, Riosco. Ach nee. Festgefahren. Ach, diese Idioten. Nicht diese NPC Gegner. Unliebsame. Snacken, snacken, snacken. Panzerhocken. Ne, ich hau mir gerade eine Panzerhocken nach der anderen rein. Durch die fehlende Tür. Ja, das ist blöd. Ja, sorry. Da ist mir die Panzerung meine Lebensrettung. Uff. Was wollt ihr eigentlich mit den ganzen kaputten Autos? Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Die gehen immer so schnell kaputt bei GTA. Das ist echt... Da bräuchte man echt einen Gottmodus für Autos. Ich hoffe, dass jetzt keiner mehr kommt, weil der Fahrzeugzustand... Der ist wirklich schlecht, der Fahrzeugzustand. Ne, komme noch. Und vor allem auch noch so blöd. Ach. Glaubst du es? Eine Drecksmission. Glaubst du es? Vor allem hast du gegen die keine Chance gegen diese Scheißdingen. Ja. Ich hoffe, wir müssen es nicht mehr von ganz vorne machen. Ich hasse ULP-Missionen jetzt schon. Unliebsame sie. Ich unliebsame sie. Aber 10.000 RP haben wir jetzt schon bekommen. Aber dafür heißt, wir kriegen dann später, wenn wir das wirklich durchspielen sollten, kriegen wir weniger. Es kamen auch neue Leute dazu, was mich noch mehr gefreut hat. Aber das freut mich sehr, Riosco. Sehr. Das freut mich sehr. Ist das Prequel zu Junkyard Simulator? Ne. Aber man könnte es fast denken. Ich habe einen Kanister in der Hand. Warum? Wir haben den Transporter direkt. Geil. Geil. Okay. Das wäre jetzt auch ein bisschen blöd gewesen. Inventar. Inventar. Panzerung habe ich vergessen. Und Inventar gleich offen halten. Ja, ich habe immer so Inventar Snacks und Panzerung, sodass ich dann dementsprechend wählen kann. Oh, und was wir gut gemacht haben, die Snacks gehen nicht weg. Wenn du jetzt gefailt hast, hast du deine Snacks von vorher noch drin. Das ist gut. Jetzt habe ich einen Fahrer gleich erwischt. Sehr gut. Ja, das wird immer gehört. Der Fahrer ist immer gut. Weil der Beifahrer, wenn der fahren will, müsste der jetzt erstmal umsteigen. Ja. Ich habe einen erwischt. Im anderen Fahrzeug. Aber der Fahrer ist noch am Steuer. Aber ich glaube, die haben wir dann. Das Prequel zu Junkyard. Der war gut. Ja. Und du siehst ja auch, wir schaffen es einfach nicht, Autos heile zu halten. In dem Spiel. Das ist unmöglich. Ja, der ist eigentlich noch ganz heile. Außer halt die Scheiben. Und ein paar Kratzer. Den einen habe ich hier raus geschossen. Ja, der andere fährt gegen die Wand. Das ist gut. Aber ich habe schon wieder meine Panzerung verloren. Ich weiß gar nicht, wer auf mich geschossen hat. Nö, ich bin noch bei allem voll. Zum Glück. Oh, schön. Ich glaube, ich habe einen Reifen getroffen. Dann sind die wahrscheinlich doch nicht schusssicher, die Reifen von denen. Nö, nö. Stimmt, warm tun wir uns immer auf die Chippen konzentrieren. Einfach auf die Reifen. Nö, ich mache meistens Reifen. Ich nehme doch lieber vier Ziele, die ich leichter treffe als ein Ziel im Auto. Oh, jetzt kommt so ein gefährlich nach. Jetzt haben wir noch ein Heli dazu am Arsch. Jetzt haben wir den Fahrer erwischt und ein Beifahrer, glaube ich. Sehr gut. Jetzt haben wir noch ein Heli am Arsch. Jetzt haben wir noch den Heli am Arsch. Und es kommt schon wieder ein neues Auto. Eieieiei. Also, ich verstehe jetzt langsam, warum alle die ULP Missione so hassen. Schon so eine Verfolgungswirkung. Du, ich habe heute zum ersten Mal wieder versucht, für meinen Fahrzeughandel CEO ein Auto zu besorgen. Ey, die haben die Missionen da so schwer gemacht. Das war eine Katastrophe. Also, ich habe zum ersten Mal beim Fahrzeughandel einfach die Lobby gewechselt. Weil ich so frustriert war. Boah, das war jetzt knapp. Du wirst doch, wenn du jetzt auch noch ein bisschen triffst, wäre das schön. Vor allem, das war gerade eine echt blöde Situation. Das war richtig blöde Situation. Vor allem habe ich fast keines Nix mehr. Und vor allem das Traurige ist, dass es im Stream ist. Das ist im Stream... Nö, das ist so... Diesen Fail hat gerade jeder gesehen. Wir sind dann bis jetzt noch nicht gefailt. Also vorhin ja, aber... Guck dir mal das Auto an. Mensch. Und was transportieren wir in dem Auto jetzt eigentlich? Eeeeee... Medien. Irgendwas mit Medien. Nein. Weil... In der vorigen Mission war... War ich bei einer Agentin in der Garage. Und die wurde entführt. Die musste ich dann retten. Okay. Weil ich ja habe den Hintergrund, den Background für die Story hier überhaupt nicht. Weil ich ja die erste Mission nicht mitgemacht habe. Und meine Zuschauer wollen vielleicht auch den Background wissen. Ja. Also du bist praktisch in der Mission irgendwie Agent des FIBs. Und musst jetzt praktisch, äh, praktisch Gangster, äh, offiziellen Gangstermist machen. Der Regierung. Wir wissen ja also, äh, weil Gangster und, äh, Geheimdienstleute unterscheidet eigentlich nur der Titel. Ui, 13.000 RP jetzt noch bekommen. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich echt nice. Zum Leveln ist das echt Hammer. Wenn man da das sieht, dass man pro Mission 18.000 kriegt. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, Riosco, hast du dann eigentlich auch schon ganz England unter schottischer Banner vereint. Und befreit von den, diesen Fremdherrschaften da. Diesen unschottischen da. Also jetzt habe ich irgendeine Oppressor dort, das ist meine. Und wenn wir jetzt die ULP-Mission bei mir nochmal starten, aber dann wird dein, dein Fortschritt wahrscheinlich zurückgesetzt, gell? Weiß ich nicht. Ja, gut, das ist jetzt. Weil ich hätte so gerne halt das mal von Anfang an auf Video. Ja, das kannst du auch. Ja, das kannst du auch bis eine Woche machen, aber das auch. Oh, schade. Was auch wenn wir jetzt eh so nah an meinem Hangar sind. Aber da können wir ja noch geschwinkten Telefonzellenattentate zwischenschieben. Oh, das ist ja so. Hm, 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 hm. So. Immer dieses mit einer Fernsehausschalterei hier. Ah, heller, das ist das automatische Ausschalten vom Fernseher, ja. Ja. Und das kann ich nicht ausschalten. Ich dachte sogar, dass es da mal ein Gesetz, eine EU-Regel gegeben hat. Dass die sogar so konzipiert sind, dass du das nicht ausschalten kannst. Nach 5 oder 8 Stunden müssen sie sich ausschalten, ja. Der von meinen Eltern, der schaltet sich automatisch, wenn man keine Taste drückt, nach 8 Stunden aus, meiner nach 5. Ja gut, ich habe das sowieso immer gehasst, auch wenn ich einschlafe und ich wache noch auf und der Fernseher ist noch am Quäken. Das hasse ich immer. Wenn ich einschlafe und der schaltet sich irgendwann aus, finde ich gut. So. Ja, aber wenn man halt so am Zocker ist und es dann dreimal kommt, naja. Ja. Ist dann schon nervig, das stimmt. Das ist dann schon nervig. Und mir ist auch schon öfters passiert, ich habe es gar nicht mehr bemerkt, die Warnung. Bin am Zocken, gerade mitten im Fight. Und auf einmal ist mein Bildschirm dunkel. So mitten in einer Mission. Ja, das ist dann echt blöd oder ein Rennen oder sowas. Ja man, da haben wir ein paar zerstört. Raketensperrfeuer, geht das auch irgendwann zu Ende, weißt du das? Hm. Weiß ich das gar nicht. So, jetzt gehe ich noch schnell einen rauchen, dann mache ich ein Telefonzellenattentat. Bin ich froh, dass wir nicht in einer Organisation sind? Sind wir nicht? Ne, sind wir nicht. Ne, zum Glück. Weil sonst hätte ich jetzt auch diese Sterne. Hm, ja genau. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Oh, jetzt müssen wir nur noch die Bullen loswerden. Ja, da geht ein Sperrfeuer, ist anscheinend auch nicht begrenzt. Das Sprengengehen. Jetzt habe ich die Bullen immer noch am Hintern hängen. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt können wir noch einen Telefonzellenattentat machen. Die sind wie gesagt mit 1,5-fach Bonus. Das ist schön. Ich muss jetzt nur noch einen gescheiten Landeplatz finden. Bei meiner Agentur. Hm, sieht das noch in einer gescheiten Landebahn aus? Ich denke. Ja, da sind wir ein bisschen hängen geblieben. Ui, jetzt haben wir es aber. Schön. Einwandfrei. Geil. Ja, schon geil. Die Strikeforce ist ein schönes Flugzeug. Muss man echt sagen. So, dann rufen wir mal einen Franklin an, dass der uns ein Telefonzellenattentat besorgt. Und das bringt dann in 2-5 Minuten 127.500 an. Ich bin mal gespannt, um wieviel Uhr die morgen das neue DLC rausbringen. Das ist meistens irgendwann morgens so. Ach, schön wieder. The Judge. Und dann nehmen wir wieder meinen Ruiner 2000 mal das dafür. Kit von Knight Rider. Grüße von Hummel, ja. Ja, hatte der jetzt aufgehört zu streamen? Ne, der streamt noch, oder? Der Hummel. Ja, ja, der ist noch online, ja. Weißt du, wo ich gestern mal hingeratet bin? Äh, geratet worden bin. Ich war gestern bei Gronkh, weil der live war. Und der hat dann zu einer Kieler Bäckerei geratet, die auch irgendwie Twitch für sich als zweites Standbein entdeckt haben. Mit einer Live-Camp in der Backstube. Das ist ja mal cool. Aber so richtig so handwerkliche Kieler Bäckerei. Bei denen kannst du auch dann wirklich online bestellen. Und da schicken die das in ganz Deutschland rum, das Gebäck. Das ist total cool, hey. Ja, da bin ich auch schon dabei. Warum hat das mit dem Springen grad nicht geklappt? Du hast doch hier irgendwo noch einen Boost mit drin, oder? Ach ne, das ist der Spring-Boost jetzt. Okay. Ja, das ist sehr sinnvoll mit dem Fallschirm. Wobei, wenn man da wirklich über Klippen drüber springt, ist das schon gut. Weil dann tut man auch nicht so böse auf dem Wasser aufschlagen. Das ist gut. Und ich krieg auch noch Topstar. Ich hoffe mit Streifenwagen, weil das geht schnell. Ja, mit Streifenwagen, das geht schnell. Dauert halt immer so lange, bis die Streifenwagen angezeigt haben. Ach, da machen wir ein Erinnerungsfoto. Scusi, Leute. Ich bin so stolz, dass ich KIT hab. Was will eigentlich? Ferngezündete Bombe im Loch. Okay. Ich hau mich hin. Ich versuche meinen Schlafrütteln zu verbessern. Ja, das sollte ich eigentlich auch langsam. Ja, das stimmt. Sehr gut. Also, Riosco, ich schaue mal, dass ich das Video BOD noch irgendwie rein kriege. Dass ich mir das mal anschaue, was du da heute veranstaltet hast. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und ich glaube, du warst auch ein bisschen erkältet. Weiterhin eine gute Besserung. Schlaf schön und dann hören wir uns bestimmt morgen irgendwie. Aber das nächste Mal schreibst du mich am besten an vorher, wenn du an dem Tag hast, vorzustreamen. Da muss man mal über Flüsternachricht am besten. Weil Discord gehe ich auch so selten rein. Es sind vier Stunden, okay. Ja, vier Stunden muss ich auch noch irgendwo herkriegen. Also, schlaf gut. Nee, einfach, du musst ja nur die wichtigen Leute informieren. Also, mich. Mich als dein Drochsets. Ne, wie wär das? Drochsets? Nee. Alles gut, gute Nacht, schlaf gut. Ja. Gutes Nächle. Aber danke, dass du noch reingeschaut hast. So. Gucken wir mal, dass wir der noch eine Bombe ins Loch reinlegen. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt legen wir mal das Bömpchen. und gehen wir mal in einen sicherheitsabstand das war nicht von der bombenexplosion mit mitleidenschaft gezogen werde holen wir das handy raus gehen schon mal auf den bombenzünden kontakt und jetzt müssen wir warten bis die richterin dort ist ja das musst du einfach mal franklin zuhören das ist eine korrupte richterin die schon freunde vom franklin auch in den knast gebracht hat unschuldig weil der franklin kennt ja nur unschuldige leute gehst du in den knast da hast du auch überall unschuldige leute ja ich finde es immer so witzig dass sie dann immer das dann so ein bisschen begründen ja so nach dem motto das sind ja auch schlechte leute und sowas deswegen ist es okay dass wir die umbringen finde ich immer so witzig dass sie das bei jedem telefonzellenattentat irgendwie dann noch mit begründen ach so sie steht schon am loch zum einpacken also guter schlag das war ein explosiver ein putter ein putter ein putter ich kenne mich in der golfsprache nicht so aus ist mir zu elitär der sport mini golf ja kit steht schon da eigentlich bräuchte man jetzt auch noch so eine armbanduhr wo wo Larissa dann immer reinschreien kann kit kommen und helf mir ah heute war wieder ein recht produktiver tag ja bei mir auch 2,6 ok 2,7 jetzt haben wir 149 millionen das heißt eine millione brauche ich noch dann habe ich die 150 millionen voll also mein telefonzellenattentat ist vor rüber meiner auch ich tue jetzt noch mal den nachschub anfordern weil ich jetzt gerade im telefonieren jetzt schaue ich mal bei den snacks rein ne meine sind verbraucht ok aber ich habe genug verbraucht und meine sind voll komisch vielleicht dass beim respawn dann keine mehr gebraucht weil nach respawn bauen bei mir auch alles mit snacks wieder da habe ich da habe ich nichts gebraucht nicht wo wir den fail hatten habe ich snacks verbraucht das ist echt komisch wo ich da ganz komisch gefahren bin inventar jetzt gucken wir mal snacks snacks mit dem ding nicht aufgefüllt worden da muss ich noch mal ganz kurz nur hoch in meiner agentur der wizard du sollst immer die tür dann die tür zu machen sonst fährst du die tür immer mit mir wieder ab von den autos ja der imponte ist halt der ruiner ist halt ein muzzlecar mit denen komme ich nicht so richtig zurecht auch wenn ich kit liebe ich liebe es kit zu haben ich weiß gar nicht wie viel wir gestreamt haben bevor das internet abgekackt ist warte mal wir haben so um wann waren das um 9 haben wir angefangen neun rumpen naja das geht ja noch kommt her mit euren streifen wegen hast du schon wieder blödsinn gemacht ja so ein bisschen so ein bisschen blödsinn bisschen blödsinn ist ok wenn wir jetzt noch in der agentur sind können wir uns auch gleich holen mal das außentresor noch raus gehen noch mal kurz in den waffen shop weil ich glaube ich muss meine lenkraketen auffüllen hey man fürs grobe ich hoffe du hast noch lenkraketen für lorisa scharfschützengewehr scharfschützenmunition ja die ist sogar billiger hier bringt mir aber nichts wenn die immer verschwindet schwere waffen granatwerfer haben wir voll panzerfaust haben wir voll minigun haben wir voll lenkraketen machen wir voll imp-werfer brauchen wir eh nicht sprengstoffe haftbomben sind für schwindelbus gegangen die benutze ich nie haftbomben benutze ich sehr sehr viel natürlich ist teuer aber genau das das ist nämlich das ich bin sporsam ja wenn ich meine munition auffülle habe ich eh immer so um die 20.000 für munition ja bei mir sind die scharfschützenmunition die immer verschwindet wenn du die voll machst 75.000 und das jedes mal deswegen tue ich die jetzt mittlerweile immer nur so 200 schuss auffüllen weil die regelmäßig verschwinden jetzt schon überlegt ob ich mir mal ein support von rockstar an schreib weil ich krieg ja jetzt immer mehr mit dass es auch anderen leuten passiert die das aber nicht so richtig beachten so da fahren wir mal zum ulp ach ne der ist jetzt hier hier steht dein auto du bist gerade an meiner agentur mit deinem auto nein das auto steht nur da du fährst jetzt geradeaus von der agentur weg in der richtung wo du jetzt gerade bist du fährst die brücke hoch dann bist du gleich da also von hinten schieße ich gerade mit dem maschinegewehr drauf ich halt drauf ich halt drauf ich halt drauf das ding und keinen schaden oder sind die maschinengewehre von dem nightrider kit so schlecht ja aber du brauchst du mir jetzt zeit kaputt machen ich brauchte noch für die mission ja gut es ist jetzt eh schon vorbei glaube ich ja solange du ihn nicht komplett zerstörst kann ich ihn noch für die mission gebrauchen er wird dann wieder repariert aber wenn du halt komplett zerstörst ist halt beim maus mittels und dann hast du recht hast du recht so ein paar kratzer und ein paar einschusslöcher sind egal ich hab dir so bestimmt zwei minute drauf gehalten mit vollem maschinengewehr und der hat nicht mehr geraucht das ist halt das geile an dem kurma kurma ist schon nicht schlecht stimmt ja schon du kannst du auch zwischendrin durch das sind doch immer diese aussparungen ach gut ich hab's geschafft hab die bullen noch losbekommen ach da ist noch wollen ja weil ich auf deinen kurma geschossen hab meinten die irgendwie dass das eine straftat ist keine ahnung ich hab denen zwar gesagt der gehört ein kumpel aber irgendwie hat das den nicht nicht interessiert oh gott sieht ja schon wieder zerballert aus sag mal die 700.000 oder was der kurma gekostet hat haben sich gelohnt die gab es mal kostenlos eine woche lang habe ich mir in jede garage einen reingestellt nur mittlerweile tue ich die jetzt wieder verkaufen kannst du den kurma verkaufen? dann kriegst halt kein geld dafür ah ja weil sie waren ja damals kostenlos das wird dann bei denen praktisch gespeichert bei den autos die kriegen da so einen trigger dass du dafür kein geld kriegst genauso wie die autos die du im casino gewinnst stell dir mal vor du hättest genug geholt und hättest die jetzt für 700.000 verkaufen können ja deswegen haben die das ja auch so gemacht weil sonst könntest du dir ja praktisch da voll viel kohle glitschen ja schwerste panzerung aktiv belasten die unterlagen agent hier ist der nächste anweis letztes stück hardware soll verkauft werden und alle lüsen und dann deuten einen deal zwischen unseren schlüsselfiguren hin überwache die transaktion verhindere einen deal und sichere den gegenstall des handels ok agent immer agent immer agent ok ich nehme immer agent gut dann haben wir partner look jetzt die meine hat schon wieder ein benzinkanister in der hand warum mädel das brauchen wir für die mission bestimmt nicht das letzte was wir hier brauchen ist ein benzinkanister mädel also in der anderen hat meine auf jeden fall hübschere hinteren gehabt in der anderen hose oh das ist aber weit zu der mission zu fahren wobei ich halt gehört habe dass wir da wirklich sehr viel einfach weil die mission in die länge zielen durch und mit denen wir so etwas zu vorschriften zu tun hatten ok schwachstelligen nutzen gehackt hast ok ich muss hacken was ach du hast gehackt ja 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 da ja da das ist der deal da 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 böse leute hier wir können das niki machen es ist der sie machen anscheinend anscheinend können wir es der füge machen und sich an vorbeischleichen oder wir kriegen das muster zerstören im studien rechten ich nehme linken ich habe links ja ja war da also habe ich falsch gesagt entschuldigen jetzt jetzt ist nur noch diese drohne warten wir weit schwebt die oben macht das ja ich hätte sie gerade im visier gehabt jetzt dahinter und dann kommt sie wieder vor an jetzt liegt die dahinter ok wo müssen wir eigentlich hin wahrscheinlich hierhin oben aufs dach ok wenn man es genau nimmt ich bin nun doch kluge ich bin nun doch kluge und nun doch der scheiße blöd dann wird es witzig halt das ist nervig ich hätte ich hatte vorher im visier ich hätte sie einfach einfach nur abdrücken müssen ach mensch jetzt brauchen wir hier einen schlüssel müsste hier irgendwo liegen zahlencode benutze schlüsselkarte um den aufzug wo ist der aufzug hier ich habe die schlüsselkarte ich habe die schlüsselkarte ja ja dann anländen snacken auch ich wollte ich bin verstaunt so jetzt hat mal meine das mk2 ich möchte mg rausgenommen aber schon müssen uns nicht mehr anschleichen ja wenigstens hat alles seinen vorteil hast du die anderen dennoch nicht ganz weil viele sind halt in einem guten eck versteckt du bist gestorben das ist schlecht jetzt haben wir fake schlager aber vielleicht schaffen wir es jetzt unangekriegt warte mal warte mal warte mal du schaust dazu das heißt ich kann es noch reißen ach stimmt ja ja ich kann es noch reißen jetzt müssen wir mal gucken ah da ist einer aber natürlich gleich mal wieder panzerung weg super dann nehmen wir doch lieber den menschen mehr ich habe überhaupt keinen sound auf dem fernseher jetzt ach du lüge schon ach du lüge schon und dann hier oben den koffer schnappen ist der typ über die sind da siehst du weil der eine wo noch da vorne angezeigt wird der ist oben dein aufzug warte mal nicht lachen ich muss mal ganz 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 kurz ganz dringend ganz kurz eine sekunde dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt geh ich gleich direkt in Deckung. Weißt du, wenn du richtig Kohle dafür kriegen wirst? Okay. Aber nicht für die Peanuts, alter. Ja, Panzerhorn. Vor allem wird es mir mal helfen, wenn meine... Fuck. Achso, den einen hast du schon, okay. Den einen da vorne habe ich jetzt. Jetzt gehen wir mal wieder aus. Ich lege das halt um, wo mich mein Auto-Aim hinlockt. Oh, ich bin schon bei den schweren Panzerungen. Das heißt, ich habe schon meine ersten zehn Panzerungen vertagelt. So, den einen habe ich. Den habe ich auch. So, aber jetzt lasst uns mal bitte nicht failen. Ja, gut, das ist immer so leicht gesagt, gell. Und da hinten ist auch noch einer. Alter. Für das Payout ist es halt too much Stress. Das meine ich mit Scheiß-Missionen. Sonst kann man die Spiele. Wenn du da pro Missionen eine Million kriegst, ist okay. Dann könnte man das mit Kayo Perico vielleicht gleich setzen. Ja, machst du mal Dings. Ich mach mal die da unten. Ach, die kommen von der Ober-A auch noch. Meine tut jetzt nur noch der Ober-A an, wie Siere, hey. Ja, die kommen von der Dings runter. Ah, blöd. Glaubst du das? Du bist aber auch verschlossen worden, ja? Ja? Du bist auch verschlossen worden, ne? Ja, ja. Mann. Weil ich mich gar nicht kommen sehen habe. Nee, du bist noch am Leben, okay. Gut. Alter. Ah, da sitzt der noch hinter diesen Scheiß. Den Typen kriege ich nicht weg. Der da hinten drüber sitzt. Der nervt total. Jetzt. Ah. Der sitzt halt echt. Ja, der sitzt total blöd. Der stirbt mich nicht mehr, oder? Nee, der ist tot. Nee, der ist tot. Oder weg, oder weg, weiß ich nicht. Nee, der schwebt da unten. Ja, sehr schön. Jetzt erst mal. Schön, schön. Erst mal snacken, erst mal Panzerung. Panzerung hast keine mehr, scheiße. Doch. Doch, hast noch gut. Ich fieber richtig mit, Alter. Verfolge. Ah, jetzt muss ich runter. Oh, je, oi, oi, oi. Heieiei, das ist ja heute aufregender hier, als die Wahl zum Bundeskanzler. Wo bin ich jetzt, äh, noch nicht bei meinem Auto. Ich glaube, alles ist spannender, als die Wahl zum Bundeskanzler. Oh, 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 aufpassen, von der linken Seite kommen auch welche. Gehe lieber in Deckung, glaube ich. Links kommen wir ja auch welche. aufpassen hinterm auto ja genau wo ist mein auto gute frage nächste frage wir haben das doch in der baustelle gelassen in der baustelle unten drin nehmt lieber diesen zwei straßen weiter der hat schon kaputt ist kaputt ist reifenrad wollte ich sagen ja ich wollte ich wäre das muss mich ja noch bis zu meinem auto bringen wo ist da haben die den wirklich von der baustelle weg das ist ja schweinerei das ist ja schweinerei das ist so was ich halt so was ich halt weil dann schietet das spiel das ist echt etwas was ich es gibt zwar irgendeine andere mission auch das dann auf einmal deine autos wo ganz anders stehen dass ich unliebsame das schön 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 aufpassen du musst eigentlich den taggen verfolgen also diese typen sind erst mal ja kannst du links liegen lassen gerade wenn du in kuruma fährst der fahrer sieht gut aus gesundheit sieht auch gut aus ich habe mich jetzt noch nicht weit geflogen wer ist ja hier noch ein reich weiter ist noch kann ich hier eigentlich auch pause drücken ah ja ich kann auch pause drücken und sehen wo da fliegt kann ich dir auch ein ping setzen das geht nicht ich habe ein ping gesetzt du hast ein ping gesetzt hätte ja sein könnte dass ich dir so assistieren könnte kannst du wenn ich wenn ich kein ping gesetzt hätte wo ist der aufgang okay hier auffassen bleibt man lieber sitzen weil von hinten steht einer achte du aufs schießen ich achte auf deine gesundheitsanzeige ok ist noch gut du hast noch ein bisschen panzer und ist gut ah da muss ich okay da ist irgendwo eine treppe ja ja da ist dann da noch blöd dass die kamera nicht drehen kann steh auf oder stirb wie gesagt du hast wenig panzerung ja waffe ja waffe ist schon mal immer gut jetzt hast du keine panzerung mehr hast du noch aber noch genügend energie legst dich jetzt einfach erstmal die treppe nun doch okay gut vielleicht eine panzerung nachlegen hast keine mehr doch eine habe ich noch aber theoretisch müssten wir ja dann wenn wir jetzt fehlen und wies borne müsste man doch einen neuen speicherpunkt haben ja jetzt die die dieses geschrei von denen geht echt mit der zeit auf das denke da ist er panzer und weg scheiße vielleicht liegt hier irgendwo auch panzer und ich weiß auf der karte wird jedenfalls leider nix angezeigt oh man erst mal bevor ich hoch gehe wie sieht es hier aus das sieht leer aus links und rechts sind so dinge wo du da kannst du in deckung gehen genau und da sind keine also in deiner nähe sind keine konnte ich jetzt keine sehen durch die kameras da ist niemand links hinter den dingern ist auch niemand du wirst aber getroffen dann muss er genau in der richtung sein nach genau und jetzt eigentlich die drohne noch und die zwei typen drei typen die drohne ist weg sehr gut drohen mag ich hat so auf aus der deckung aus irgendwie zu erledigen jetzt snack ich mal kurz ich muss sparen ja ja ich bin gespannt ah so kann man die kamera drehen jetzt aufpassen da steht gleich einer hinter der wand links aufpassen der ist aber zusammengebrochen hast du den getroffen ja hast du den getroffen dadurch wahrscheinlich gerade umgeschalten schön 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 ein bisschen konzentrieren und dann geht das ja vielleicht noch einen kleinen snack dazu nehmen jetzt das problem ist die steigen jetzt aus die typen sind aber auf der straßenseite das heißt du gehst hier im hof bist du safe oder ne warum treffen die dich ja rutsch mal runter du bist zu hoch ne mich hat niemand getroffen doch da hätte jemand geschossen auf jeden fall ja getroffen aber nicht ja getroffen aber nicht ne das ist schön dass die an der straße sind weil mein kuruma ist hier direkt an der treppe das ist schön das ist schön ich muss mal ein Trinkerchen machen ich habe noch ein bisschen Bier jetzt bin ich aber durch die aufregung so fit ich kann gar nicht gleich schlafen gehen ich müsste eh noch grinde ich will doch meine 150 millionen haben ach bis die in ihren autos sind bin ich schon 15 meter weiter wie ein klühendes glas in einfache ja nehm dich von hinten ganz schön in die mangel das interessiert mein kuruma nicht mhm ja der ist schon super also NPCs tun die sich da wirklich ziemlich schlecht treffen da drinnen vor allem der ist ja wie gesagt vorhin schon gesagt der ist ja flink für seine Panzerung was der hat mhm ja ja dadurch dass der schwer gepanzert ist aber da ist ja gut aber vom rausschieben her ist zum beispiel der night shark glaube ich hier nicht mehr so gut meiner weil ich habe die panzerplatten abgemacht bei meinem dass ich die pistole verwenden kann das ist halt der vorteil der hatte ja zwar praktisch panzerplatten vor den fenstern aber du kannst die pistole trotzdem verwenden und jedenfalls in gewissen winkeln ja mann Leute seht ihr das wir haben es geschafft ne aber das ist noch nicht die letzte gewesen gell das war noch nicht die letzte das war noch nicht die letzte okay das ist jetzt erst die vierte oder fünfte also dann müssen wir oh nochmal 95.000 bekommen hm 20.000 rp plus die 10 oder 12.000 die wir vorhin bekommen haben vom fail plus die 95.000 okay heißt gibt es über 100.000 doppelt geht schon heißt pro mission je weiter du kommst umso mehr geld mhm okay aber normalerweise ist es so dass du so um die 300.000 glaube ich kriegst wenn du die normal durchspielst durch das doppelt money lohnt sich das vielleicht jetzt auch ne ich dachte aber das wirklich nur die eine mission davon auf doppelt money aber anscheinend alle die komplette serie mhm dann tun wir nochmal weil panzerung und snacks aber wir sind glaube ich hier auch hier in der nähe von einem ähm ammunition ammunition ja eine straße weiter umdrehen links ums eck mhm gleich wieder links ums eck mhm gleich wieder links so lange ich noch ein paar klasse machen ja in der stadt ist es immer schwer also ich mache jetzt nur schwere panzerungen voll und rufe dann den franklin an und der bringt mir dann noch schwerste panzerungen das ist das geile also falls jemand das noch nicht weiß das geht das mal 20 panzerungen dann hat jetzt brauche ich nur munition von was haben wir dann von munition verbraucht ne eigentlich nicht brauche ich nicht maschinengewehr müsste reichen rufen wir den franklin jetzt an also immer erst die zweitbesten panzerungen im ammunition holen zehn stück dann den franklin anrufen also wenn ihr die agentur habt die agentur ist gerade auf minus 40 prozent also könnt ihr diese woche also jetzt noch ein paar stunden holen ok 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 jetzt habe ich telefonzellen aus automatismus telefonzellenattentat angefordert das war jetzt wieder blöd franklin nee wir brauchen den nachschub sorry wenn wir dich jetzt nerven naja ein schönes eckle der ist der nachschub ist aber ich würde gerade an der selben stelle wahrscheinlich im einkaufsladen doch ich habe ein ping gesetzt wo mein mein paar rucksack steht ja dann haben wir an der selben stelle ja ich glaube die haben dann auch wenn du an der bestimmten stelle stehst dann auch nur einen spawnpunkt so gut da ist ein rucksack nochmal wir können doch den stil ändern wenn ja und Larissa jetzt auch und et voila Inventar Panzerungen und wir haben 20 Panzerungen was normalerweise nicht geht dafür ist die Agentur nämlich auch gut das könnte man ohne die Agentur gar nicht machen sehr gut noch ein vorteil der Agentur schlaues kirche ich vergesse immer dass man in den Läden nämlich auch hier Snacks kaufen kann aber auch nur begrenzt ja ich schaue halt ich muss halt immer schauen in welchem Winkel weil manchmal geht es gar nicht so wie es soll ja 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 warte mal ich guck den jetzt direkt an ja egal gut dann gehen wir nochmal in die Agentur in die Agro-Gentur jetzt fährt Larissa mal die zeigt dir mal wie man hier was gescheites aus dem Kuruma rausholt genau so was ist denn da was ist denn da das ist aber keine Exotik hä ein Exotik Fahrzeug an einem See ok ja ich habe auch noch nicht alles spawnspunkte von denen auf dem Radar wortwörtlich ich gebe sie schon gar nicht mehr ab anfangs habe ich die ersten zehn Fahrzeuge habe ich abgebe und danach nicht mehr weiß ich es nicht lohnt die Zeit ja du tust 3-4 Minuten investieren das Fahrzeug abzugeben richtig und dann tust du schon nur 20.000 pro Fahrzeug kriegen das ist eher so wenn du mal Challenge machst und sagst du willst alle Sachen so Sammelobjekte machen und sowas dafür ist das gut aber du kriegst halt wenn du alle zehn Autos am Tag geholt hast kriegst du noch 200.000 on top aber 200.000 ich bin der Meinung 200.000 aber ich habe es noch nie ausprobiert ich kenne es auch nur aus Videos ach ne warte mal 200.000 bei 300.000 kriegst du ja ne 500.000 kannst du am Tag damit machen ja 10 mal 20 achso meinst du ok kann auch sein ich ich hatte die Information dass man 200.000 dann noch drauf ok aber das kann auch es lohnt sich nicht es ist es ist halt weil vor allem du musst ja an das sehen das sind ja nur die Spawnpunkte hier in der Stadt die Spawnpunkte sind aber auf der ganzen Karte verteilt ja das heißt um alle zehn zu bekommen musst du dann wenns dumm läuft auch wirklich bis Paletto Bay hochfliegen ja musst du da in Paletto Bay vielleicht noch die letzten drei Autos holen dann die fünf Minuten da runterfahren mit den Gurken weil manche Autos lohnt sich ja gar nicht damit loszufahren haha so langsam sind sie ey ich werde sogar Level 450 vielleicht erreichen heute ja gut das sind alles nur Zahlen aber wenn du halt alles schon erreicht hast obwohl eigentlich habe ich es nicht alles erreicht ich habe wirklich nur immer ein sehr enges Grindingfeld gehabt eigentlich nur Agentur, Nachtclub, Telefonzellenattentate sogar noch nicht mal so viel Cayo Perico ich mache vielleicht ein Cayo Perico heißt in zwei Wochen normalerweise was sagt die Uhrzeit? die Uhrzeit? der gehts gut die Uhrzeit die Uhrzeit sagt es ist wieder Zeit zum LumiTern LumiTern? ja ja es gibt nur einen Weg zur Lunge es gibt nur einen Weg zur Lunge und der muss geteert werden dass der Krebs auf dem Weg zur Lunge nicht stolpert ja genau richtig ähm dann tue ich mal kurz mein Sonderfahrzeug holen und mach mal ganz billig nochmal ein Telefonzellenattentat in der Zwischenzeit ja bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich so yo what you need alright let me make a few calls downtown killer ist der Party beigetreten? hä? achso du bist jetzt praktisch mit dem Handy drinnen so rum ja ich hörs hm ich hörs so ne stream ist am laufen oder? ne ne der ist am laufen ich hab's auf nem anderen Tab der läuft da musst du aktualisieren das ist öfter mal so bei Twitch wenn irgendwas nicht passt am besten aktualisieren den Tab so Technologieunternehmen auch Gott eines der schönsten Attentate oh wir werden ja richtig beschenkt hier schön schön das ist schön ist das neu? oh morgen können wir wieder fragen ist das neu? aber das ist neu ist das neu? aber das ist neu ist das neu? der spielt aber kein GTA mehr großartig oder? biomutant ja schonmal gehört ich glaub auch schonmal ein Video gesehen dazu Witcher muss ja auf der PS5 auch total geil rüberkommen die neue Version oder halt ja die äh remake Version für die next gen äh generation äh next gen Konsolen Witcher Witcher habe ich auch nie weiter gezockt bis jetzt das ist immer so bei so großen Story Games Witcher ja das ist so ein geiles Game also ist wirklich heftig geil und und siehste das äh Horizon Zero Down ist ähm auch auf meiner Festplatte jetzt schon seit längerem ich habe es nicht einmal geschafft es anzuspielen es soll so ein schönes Spiel sein also schon rein von der Grafik her und sowas so jetzt tun wir den Technologie ähm Unternehmer abholen und wir müssen ihn in einer Tankstellen Explosion das ist ja auch schön ja das ist was wo recht schnell geht wenn man weiß wo die Tankstellen sind dann geht das recht schnell ja erst so durch das Attentat habe ich mir angefangen die Tankstellen zu merken ja ich fahr eigentlich immer prinzipiell zu einer Tankstelle ich weiß nicht warum mir kommt drauf an wo es spawnt wo der ähm Typ ähm spawnt da ich bin auch extra schon mal vier Kilometer dafür gefahren ne echt ok ne weil ich mag die Tankstelle irgendwie keine Ahnung ne ich habe an jedem Spawnpunkt eigentlich eine sooo ja ich komme gleich wieder ich hole nur Zigaretten bleiben sie ruhig hocken alles gut du musst ja auch die Tankfüllung bezahlen ja alles gut ich hole nur Zigaretten der hat es auch noch geglaubt da sieht man mal Alkohol ist nicht gut weil der sollte ja voll trunken gewesen sein da steht ja ein Auto bei mir auf dem Parkplatz klatsch ok also ich wäre jetzt wieder bereit für ULP Mission ja ich muss erstmal hier ein Auto wegschieben wo auf meinem Parkplatz steht aber eigentlich könntest du da wirklich mit den Missionen eigentlich fast auch mit der Oppressor cheaten mhm was bei der ULP? mhm mhm ach jetzt wenn du Oppressor erwähnst ich muss eindeutig meinen Terrorbyte wiederholen weil weil da ist meine Oppressor drin kann ich in Missionen kann ich den Terrorbyte nicht nutzen erstmal schön zum Terrorbyte meine Oppressor rausholen die woanders ausborden ne du kannst ja trotzdem über einen Mechaniker wenn du die Sonderfahrzeuge nimmst in Missionen ist der Terrorbyte komplett gesperrt auch der Parkplatz weil ich hab's dann immer so gemacht dass ich dann halt über einen Mechaniker die Oppressor geholt hab ja aber bei der ULP Mission ist der Terrorbyte gesperrt ok deswegen ich wollte vorhin meine Oppressor rausholen bei den äh 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 Störsender und jetzt äh äh und daher weiß ich's ah ok weil die hab ich ja letztens getunt von der Waffen her so jetzt hab ich mal kurz 3 Millionen heute schon gemacht hey ist ja unglaublich was du diese Woche an Geld grinden kannst ist unglaublich offheist ne ich find die Innenausstattung von meinem Terrorbyte echt geil von der Farbe her so jetzt schick ich dir mal wieder einen Screenshot ja ja ist jetzt während dem Stream immer ein bisschen blöd ich schau ihn mir nach dem Stream an ja Nachrichten jetzt schick ich dir privat was ist jetzt von mir in der Nähe wo ich ihn parken kann äh immer Spielhalle ja ich hab noch ein schönes Foto gemacht gut ähm starten wir die Uhr achso du bist jetzt noch bei deinem Terrorbyte ja ich bin jetzt gleich da aber ich muss jetzt noch kurz zu meiner Spielhalle in der Garage einnehmen ja dass du dann gleich raus wirst dass ich sie auch so nutzen kann mhm weil das 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 fand ich halt echt blöd dass ich da den Terrorbyte nicht nutzen kann als Stellplatz äh bei der Mission mhm ja das ist echt komisch das ist dann die einzige Mission wo das nicht klappt weil ansonsten hast du dann halt wirklich dass du den Mechanikern überhaupt nicht anrufen kannst ja oder ähm dass du dann halt äh äh trotzdem übern Mechaniker äh äh dann irgendwie die äh auch die Oppresso rausholen kannst aber halt übers äh sonderfahrzeugen Menü leider nicht da hat man halt das Pech du kannst sie gar nicht rützen mhm wenn du es in deinem Terrorbyte hast mhm 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 kuh mal her natürlich wenn du da wenn deine Autostellplätze voll sind und du brauchst einen Stellplatz für ein Auto dann ist das geil mit dem Terrorbyte dass du da die Obsessor reinstellen kannst ja genau oder halt auch weil du halt so schön schnell übers äh Interaktionsmenü her spawnen kannst hih in der Agentur Garage haben wir da das Tramjet, Cinquimela... Meinst du ein Torido ist gut für die Mission? Kann ich dir jetzt gar nicht was zu sagen? Ja. Der ist halt nicht so schwer gepanzert. Der hält halt nicht die Heli so aus. Vor allem noch mit dem Glasdach. Ich hoffe, du hast jetzt nicht meinen Parkplatz gepackt, sonst muss ich dich leider wegschieben. Ich parke ganz rechtmäßig auf dem Gehweg, wie sie es gehört für einen Bunsen. Ja, ich parke immer am Schatten. Ich bin mehrfacher Millionär, Multimillionär, das ist okay, das darf ich. Ich habe so meinen Parkplatz, wo ich mein Auto immer hinstellt, das ist beim Schatten. Weil da ist so ein kleines Mauerstückle und da ist so ein Schatten. Da stelle ich das Auto immer hin. Weil du weißt doch, du weißt doch, dass Sonne und Ledersitze verträgt sich. Ja, das ist nicht so gut, ja, das stimmt. Deswegen sollten wir immer eine Faltgarage dabei haben. Jetzt ist mein Auto frei. Weißt du, Kilometer weit frei, aber er rammt die Autos, nein. Ja, weil die auf meinem Parkplatz standen. Ich bin zu laut. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So, dann tun wir uns aber jetzt noch, bevor der uns einlädt, noch ganz schön deine. Dreh. Weil, irgendwann hänge ich da noch ein Kennzeichen hin. Agent, hier ist deine letzte Anweisung. Du hältst Zugang zu einer streng geheimen Regierungsanlage, in der du alle Spuren der betreffenden Software vernichten sollst. Unternimm alles Nötige, um die Operation sauber durchzuführen. Wir dürfen uns keine Rückschläge mehr erlauben. Okay. Also wir müssen irgendwas zerstören, das ist immer gut. Das ist besser als Beschützer. Einstellungen bestätigen. Eine Freundin von Freundesliste. Bereit? Einen Moment. Hast du mir schon die geschickt? Nee. Ansonsten bin ich voll bereit für die Mission. So, meine Zigarettele ist auch gestopft. Was heißt gestopft? Gedreht. Gedreht, genau. Aber das Klopfen, das meine ich mit Stopfen. Ich bin Profi Rennfahrer. Bin Linie... Scharfschütze bin ich. Scharfschütze bin ich. Trialid bin ich. Ja, Stärke ist noch nicht voll. Fliegerass ist nicht voll. Du spielst ja schon länger als ich, gell? Ja. Aber gut, du spielst ja nicht so konstant wie ich jetzt in dem einem Jahr. Ja. Und ich achte auch nicht auf die... Äh... Ich achte auch nicht auf die... Äh... Auf die Balken. Dass ich das Zeug voll krieg. Anfangswaffe ist bei mir Kanister eingestellt. Warte mal, noch nicht bestätigen bitte. Noch nicht bestätigen bitte. Das hat mich die ganze Zeit nämlich total kirre gemacht. Nicht Streitass. Gefechtsfickstole... Nein, warte mal, warte mal. Ähm... Ich nehme ja immer Anfangswaffe keine. Ne, ne, ne. Da will ich das Sturmgewehr, MK2, Spezialkarrebringer, MK2, Militärgewehr... Wo ist denn das Gefechts-MG? Da, jetzt. Du hast 3 Sekunden. Achso, Spieler einladen brauche ich nicht. Alles klar. Gut. Ich habe es noch geschafft. Weil... Und noch 700.000. Noch 700.000, dann habe ich die 150 Millionen voll. Abwehrend. Ah, verstärkt. Abwehrend. Abgesichert. Ich nehme abgesichert. Ich nehme geschützt. Unterstützt. Weil das ist wenigstens ein Muskelshirt. Achso, okay. Aber ich sehe schon, wenn man da schon Panzerungssohn noch drauf habe... Ja. Wird das lustig. Das wird lustig. Säuberungsaktion. Richtlack. Das heißt ja auch schon Säuberungsmission. Ähm, und vor allem, wir haben ja auch nur... Ne, mein Auto steht doch hinter auch. Warte mal. Soll ich mein Auto mal mitnehmen? Kannst du ja mal mitnehmen? Wir sind zugestellt. Äh, wir müssen mit einem Heli, glaube ich. Weiter vorne steht ein Heli. Achso, okay. Dann ist es sowieso für den Hintern. Okay. Begib dich zum Silo. Ah, ne, wir müssen nicht mit einem Heli. Wir können den Heli zwar nutzen, ne? Könnten ihn nutzen. Könnten ihn nutzen. Aber nicht. Was ist das für ein Heli? Ist das ein Buzzard? Ne, das ist ein ganz normaler. Ne, das ist ein Volta, oder wie die Dinger heißen. Gut, dann markiere ich mal, weil... Oh, nach Pelletor Bay hinter. Ne, oder? 10 Kilometer, doch. Ach, ne, und vor allem ist es auf dem Berg. Ne, dann nehmen wir den Hubschrauber, komm. Nehmen wir den Hubschrauber. Warte mal. Einen Moment. Einen Moment. Wir haben hier keinen Zeitdruck. Einen Moment. Ähm. 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 Pegasus? Würde mich jetzt mal interessieren. Ne. Ne, geht nicht. Pegasus geht nicht der Mission. Alles klar, gut, also. Ehm. Wer soll fliegen? Ich kann einigermaßen Hubschrauber, aber... Mach du was. Dann tue ich mich... Kann mit Marc Cola umgehen. Dann kann ich hinaus schießen. Mit allem möglichen, was es gibt. Ach, das ist dieser Penis Hubschrauber. Dieser fliegende Vibrator. Jetzt. Alles klar. Okay. Er hat keinen Rotor. Er hat keinen Rotor. Er hat keinen Rotor. Das ist... Hauptsache, ja. Arschteuer. Kannst zwar nicht bewaffnen oder sonst was. Ist nicht großartig wie Panzer. Aber er hat keinen Heckrotor. Ja. Deswegen muss man da unbedingt 3 Millionen dafür zahlen. Wunder wieviel der kostet. Wunder ich schau jetzt kurz mal. Wo ich jetzt grad gesehen hab, dass wir fast 10 Kilometer fahren müssen. Oh, der ist sogar im Angebot. Nicht mehr 2,4 Millionen kostet der, sondern nur 1,9 Millionen. Es sei denn, wir schaffen jetzt diese Mission wahrscheinlich. Ich schließe die ab um Einkaufspreis. Säuberung. Also wenn wir die jetzt abschließen, kriegen wir den billigeren Einkaufspreis. Dann kann ich den mir für 1,4 Millionen holen. Einen fliegenden Penis. Sehr gut. Guck das Ding doch mal an. Du bist ne Frau. Kann für dich hilfreich sein. Nö. Naja. Ich glaub da ist die OALB sogar noch besser. Okay, lassen wir uns jetzt. Okay. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Silo. Säuberungsoption. Und vor allem, dass ich die so laut heiße. Die OALB. Das ist eine tiefe Nacht. Und ich hab hier ein bisschen eine Bassstimme. Oder eine tiefere Stimme, die auch ein bisschen durch Wände geht. Auf deine Sprüche muss man manchmal erstmal klarkommen. Nö. Ist das schön. Das freut mich. Ne stimmt. Ich find dieses Hosting gar nicht mehr stimmt. Ich glaub die anderen haben recht gehabt, dass das Hosting abgeschafft worden ist. Das ist natürlich blöd. Wie sollen wir jetzt hier landen? Da links. Weiter linker. Ein bisschen weiter linker und ein bisschen weiter runter. Da ist ein Raketensilo. Da unten ist ein Raketensilo auf dem du landen kannst. Da bei den Bäumen. Unter den Bäumen. Unterhalb von den Bäumen. Okay. Ja, ich hab's grad gesehen. Noch mal ein Schluck Bier nehmen. Also kurz zum Update. Wir machen diese ungeliebten ULP Missionen. Ich zum ersten Mal. Und ich glaub auch du zum ersten Mal, gell? Ja. Ja. Weil die mit doppeltem Money sind. Sonst wüsste ich ja was auf uns zukommt. Und jetzt... Ah warte mal. Hier können wir auch sneaky vorgehen. Anscheinend. Weil hier sind doch diese... ...Juggernauten. Okay, gut. Jetzt... Job 1. Find ein Manual-Override, um die Kraft zu erhöhen. Okay, hier ist auf jeden Fall mal eine Rakete drin. Cool. Geht's weiter? Ähm... Wo bist du? Dass wir zusammenbleiben? Ja, okay. Ähm, du hast irgendwie keine Panzerung an. Doch. Echt? Weil irgendwie wirst du mir auf halbe Energie angezeigt, wenn ich dich anvisiere. Ne, ne. Okay. Das ist der Schaden, was du mir machen würdest, wenn du jetzt mich anschließen würdest, was du gleich siehst. Meinst du? Ja. Jetzt lieber hier anvisiert durch, weil ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Ähm... Es... Es stehen hier überall Juggernauten rum und diese Mission kannst du anscheinend Stealth machen. Aber ist anscheinend schwieriger. Also wenn mich nicht alles täuscht, jetzt grad. Und? Oh... Nein! Nicht... Nicht schießen! Nicht schießen! Oh... Nicht schießen! Oh... Ich finde den Sicherungskasten. Ich würde mal sagen... Der ist hier... Der ist hier... Hier... Ne... 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 Und dann sind die, äh... Ne... Ne... Hier was auf der Tische rum vielleicht... Ne... Ne... Hier ist nichts im ersten Raum. Ne... 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 Da war nur eine. Ne... 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 Alter, wenn die abgehen, dann hast du echt ein Problem, aber ich weiß, dass die Endmission richtig kacke sein soll. Hier ist noch einer, glaube ich. Ja. Drei, haben wir jetzt. Ich merke da jetzt auf dem Tisch rum. Ich hoffe, wir müssen nicht an dem vorbei. Die, wenn es dumm läuft, aktivieren die sich. Und dann hast du richtig... Ab, hier geht es nicht weiter. Pst, 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 nicht so laut. Nicht, dass die uns hören. Also hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich tue mal die zwei Sicherungen rein. Vielleicht finden wir noch auf dem Rückweg eine. Vielleicht hier hinten drin, oder? Oh, hier steht ja auch noch einer. Alter. Hey, gegen die hast du doch keine Chance, wenn die sich aktivieren. Was haben die sich gedacht, Alter. Das ist doch blöd. Mann. Wenn du siehst, wie viele es sind. Ja, deswegen. Nicht so laut. Ich habe keinen Bock auf die. Na gut, vielleicht haben sie es doch vielleicht auch im Silo dann gehabt, weiß ich nicht. Da geht letztens mal an dem vorbei. Den anderen, den habe ich jetzt erst beim Rückweg gesehen, dass der da stand. Und... Also dann... Hier sieht auch nichts nach Sicherungen aus. Hier, 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 hier. Hast du was? Ach, da liegt ein. Ich darf schon einsammeln. Ja, bitte eine. Ich will auch mal eine einsammeln. Ja, das glaube ich auch, was in der Tasche hat. Jetzt sieht man mal, wer immer genauer guckt. Muss doch hier bestimmt auch irgendwo eine liegen. Aber da sind wir vorhin schon dran vorbei und war halt nicht aktiviert, weiß ich. Ähm, ja. Schauen wir mal. Komm, ich tue schon mal meine Sicherungen einsetzen. Da ist auch nichts. So, jetzt sind drei Sicherungen schon eingesetzt. Okay. Ich sollte es doch nur eine einsetzen lassen. Nee, Spaß. Es ist alles gut. Ähm, ach. Also, irgendwie hier habe ich keine Sicherungen, nee. Nee, irgendwie kommt mir das ungute Gefühl, dass irgendwie direkt neben so einem Juggernaut eine Sicherung liegt. Mir kommt eher das ungute Gefühl, wenn wir die Sicherungen einsetzen, dass die dann zu ein Leben erwachen. Das heißt, das ungute Gefühl, was ich habe. Ähm. Okay, ich bin jetzt schon wieder im Silo. Also, es sei denn hier liegt um das Silo herum, was. Warte mal, da ins Eck. Nee. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da muss es doch eher bei dir in der Richtung sein. Ja, ich bin ja gerade zu dir wieder zurücklaufen. Achso. Ich habe mich so unwohl gefühlt bei so vielen Juggernauts ganz alleine. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Da sucht man dann immer die Nähe einer starken Frau. Okay, also dann gehen wir mal ins Silo hinein. Guckuck, ist hier irgendwo eine Sicherung? Nee, ich habe auch schon geguckt. Okay. Warum liegt denn hier? Hier liegt was. Das ist eine Sicherung, oder? Nee. Nee. Okay. Das war nur so eine Leuchtfackel. Das ist ja irgendwie. Irgendwo haben wir was vergessen. Jetzt will ich noch mal ganz kurz in der Info was gucken. Ja, das hat sich wahrscheinlich ein bisschen abgeschlossenen, regulären Projekt. Also verhindere Einstutz unserer verkehrenden Weltordnung. Kannst du den Juggernaut sehen? Gruselig, oder? Eines von Mr. Heads' kybernetischen Waffensystemen. Keine Sorge, sie sind offline. Haben sich abgeschaltet, als Clifford gestorben ist. Oder was auch immer eine KI macht, wenn man ihr das Hirn durchbrät. Oder was auch immer sie statt einem Hirn hat. Keine Ahnung. Okay. Ja, aber so wie ich es sich anhöre, sind die noch ziemlich, ja, nur auf Standby. Ja, ja, weil wenn du auf die drauf gehst, so drauf zielst, dann sind sie ja auch als rot markiert. Ja, 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 also ich habe es deswegen versucht, nicht auf die zu zielen, nicht, dass das die dann aktiviert. Ich habe es schon mehrmals gemacht. Ja, ich habe es vorhin versehentlich auch, aber am Anfang habe ich es eigentlich versucht, nicht zu machen. Vor allem die Musik im Hintergrund. Ja, ich habe die Musik ja ausgeschaltet. Weil sonst mein Stream eventuell gemutet wird, wenn da irgendwas... Äh, warte mal. Ja, aber eigentlich nicht von der Standard- Äh... Doch. Rockstar Games Musik. Doch. Genauso wie, äh... Hier, Duck the Tray Mission ist bei mir mal, glaube ich, gemutet worden. Wegen den Titeln. Echt? Auch wenn, wenn, wenn hier zum Beispiel du Radio laufen lässt in GTA, Twitch dir wegmuten. Die überprüfe nicht, ob das jetzt praktisch wirklich, äh, in den Lizenzen mit drin ist, wenn du das Spiel kaufst, dass du die Musik auch praktisch im Twitch-Stream verwenden darfst. Das ist nämlich, glaube ich... So nah gerade an dem gewesen, das ist eigentlich so... Ja, deswegen sei vor sich stisch. Guck... Guck... So, jetzt gehen wir nochmal durch den Raum. Die muss hier liegen. Ah, war nicht verkannt in der Zahn. Äh, den hat... Der ist mir noch gar nicht aufgefallen, der hier in dem Eck. Also hier ist auch keine. Ja, aber vielleicht müssen wir doch an dem einen Chuggernaut hier hinten vorbei. Dass es da vielleicht weitergeht. Oh, da habe ich mich wohl nicht getraut, vorbeizugehen. Psst! Ich hatte gerade irgendwas gehört. Oder hast du irgendwas verschoben? Nee. Weil das hatte sich gerade irgendwie ganz komisch angehört. Wollen wir mal, ich bin jetzt in einer Ecke, wo man nicht vorher nicht hinkommen will. Ich habe sie gefunden. Echt? Ja. Warte, bis ich vorne bin mit dem Einsetzen, weil ich bin gerade ganz gefährlich. Okay, dann komm langsam wieder hinter. Komm langsam wieder hinter. Ich will, wenn du die einsetzt, bei dir bescheiden. Scheiße. Ich habe Lärm gemacht. Die waren hinter diesen Boxen, hinter diesen Boxen, wohne ich. Ja, komm. Jetzt gehen wir, jetzt gehen wir zur Einsetzen. Ist ja laut. Ich habe gerade einen berührt und da ist nichts passiert. Du hast die berührt. Oh Mann. Das sind doch die Unberührbaren. Ich konnte es einfach nicht lassen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was passiert. Ich auch. Setze ein. Was soll ich? Was bräuchte man dann noch? Eigentlich die wäre auch gut. Beziehungsweise, warte mal, wir haben ja, ich habe ja noch eine andere Munition. Nehmen wir die. Die ist gut. Pump-Action-Schrotflinte mit Sprenggeschossen. Ähm, dann, ich bereite mich schon mal vor. Panzerfaust. Da die Waffe rein. Die Waffe da rein. Da nehmen wir vielleicht noch mit Explosivgeschossen. Gut. Aber erstmal noch das schallgeschützte Gewehr. Wann weiß er nicht. Vielleicht können wir auch Sneaky was machen. Äh, hier. Stealthy. So. Was passiert? Jetzt geht es nicht an. So, und jetzt kommen die Raptoren. Wie bei Jurassic Park. Passiert, Ragi? Ja, jetzt passiert was. Und jetzt kommen die Raptoren. 100%ig. Geh zum Server-Raum. Warte mal, kannst du was? Okay. Vorsicht, weil jetzt wissen wir nicht, was die machen. Ob die immer noch so einen Meter rumstehen. Mhm. Vor allem, ich kann jetzt nicht mehr durchrennen. Das ist in der Maschine, glaube ich. Der schläft immer noch. Der schläft immer noch, das ist gut. Aber der leuchtet jetzt irgendwie. Oder hat der vorhin so schon geleuchtet? Nee, das haben sie vorhin schon. Okay. Das ist jetzt nur, dass... Fällt dir das auf, weil das Licht halt anders ist. Ah, jetzt kann ich da, wo ich... Jetzt kann man... Oh. Vor allem, jetzt geht die Tür auf und direkt kommt der Nächste. Direkt vor der Tür. Aber das sieht anders aus wie seine Kameraden. Ja, müssen wir mal machen. Ja, das ist halt... Meine ist halt ein Gürrle. Die muss halt den ganzen Mist immer mitmachen. Jetzt müssen wir uns mit der Server verbinden. Jeder nimmt eine Ecke vor. Ähm, okay. Jetzt müssen die Daten kopieren. Ja, die äh, Cliff-Daten. Cliff-Word-Daten. Wer ist dieser Cliff-Word eigentlich? Da fregst mich was. Ist das nicht der, der vom, ähm, Doomsday heißt? Der Typ, der dich für den Doomsday heißt eigentlich, engagiert? Ja, könnte gut möglich sein. Okay, ich bin jetzt an einem Control-Punkt, an einem Server. Ja, ich... Äh, hab'n Hack fast fertig. Ich könnte mir vorstellen, dass dann beim letzten Hack oder sowas die Typ muss ich aktivieren und dann haben wir... Oh, dann haben wir richtig Spaß, Alter. Das wär' aber nur Stich. Alter, ich muss mir mal vorhauen, dass ich die Selle drehe. Ich bin schon total aufgeregt, hey. Oh, mein, mein, die Fressen. Oh, oh. Was ist passiert? Keine Ahnung, Alarmstuche rot. Du bist wahrscheinlich durch den zweiten Hack. Du bist jetzt gekommen, durch den zweiten Hack. Losche die Mixer aus. Zack, weg. Oh, okay. Losche die Mixer aus. Was fun. Ähm. Wiederholen. Wieso wiederholen? ja wir müssen es ja schaffen ja schon aber so dass wir am letzten kontrollpunkt wieder rauskommen ja neustadt oder bedrohlen ist ja eigentlich dasselbe immer genau die begriffe verwenden die auch die praktikanten von rockstar verwenden voll krank gerade eben gewesen die ganzen roten köpfe dort aber da muss ich dann gleich umschalten auf meine ich glaube wir müssen jetzt hier durchhören ich weiß nicht ob wir eine bestimmte zeit irgendwie haben wo rockstar uns gibt nee ich glaube es nicht da nehmen wir gleich mal die explose reibung äh pumpgun Aber das heißt, wir müssen uns dann wirklich... Oder war da irgendwie ne Kamera? Oder irgendwas? Nee. Aber du kannst anscheinend Sneaky oder Stealthy machen. Warum sag ich immer Sneaky? Der Server mit der Software bei deinem Handy, warte mal, wenn du nah genug an deinem Server rankommst, Reichweil bleibst. Hier kriegst du Daten überschrieben. Außerdem erhältst du Nadekopie aus der Clifford Daten. Ja. Um mir diese Kopie zu bringen, okay. Jetzt geh ich wieder an die Ecke, wo ich grad eben war. Ja, ich auch. Am besten immer alles gleich machen. Ich dachte mir grad nur die Töne, dann die roten Köpfe. Also ich stell mich schon mal hinter ne Wand. Ich glaub das liegt daran, wenn wir nen zweiten Hack machen. Ich glaub wenn du zu viert bist, könntest du nen Hack gleichzeitig machen. Dann wird's vielleicht funktionieren. Ich weiß es nicht, wie sie sich das gedacht haben. Also jetzt bei mir durch. Okay. Ja, der erste war der erste. Jetzt bin ich fertig. Ja. Jetzt beim zweiten los. Alles klar. Okay, ich hab den ersten erledigt. Ich hab auch nur eine Panzerung verbraucht. Oh. Scheiße. Ich hab auch noch eins. Ach, schieb. Jetzt. Jetzt. Irgendwo trifft mich einer noch. Der bei mir. Ist der. Ich hab ihn. Okay. Aber die sind gar nicht mal so stark gemacht. Also ich glaub da ist Vincent stärker. Also der Juggernaut auf Cayo Perico. Ah, der Ungilfe rein. So. Ritter Hack. Gleich durch. Fuck. Alles andere außer sterben. Ich versuch grad fleißig weiter zu hacken. Ich komm jetzt echt alle. Ich hab grad einen versuchen mit. Ah, ich hab einen mit der Handgranate ausgelöscht. Super. Alles klar. Vierter Hack. Fähre ich gleich durch. Okay. Wahrscheinlich hätten die sich jetzt wieder abgeschauten. Wenn wir mit dem Hack durch sind. Dass die Wichser dann wieder wechseln. Hahaha. Glaube ich ja. 50%. Warte mal, ich komm zu dir. Das wird zusammenbleiben. 80%. 90%. Und 100%. Ne. Wichser komm. Alles klar. Jetzt heißt es überleben. Wo ist das? Hä? Warten wir einfach bis der hochkommt. Warten wir einfach bis der hochkommt. Warten wir einfach bis der hochkommt. Ich komm gleich die Treppe hoch. Keine Sprengstoffe. Keine Sprengstoffe. Keine Sprengstoffe. Also nicht solche. Also meine Pump-Engine ist okay. Ah, wo ist denn der? Ich sehe nicht. Ach, da unten. Warte mal. Handgranaten. Warte mal. Aber so schwer, dass wir vielleicht nicht so mit Leidenschaft gezogen sind. Ich hab überlegt. Haftbombe. Nein, runter. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Die ist ja blöd. So, okay. Ja. Ich hab einen. Cool. So. Ich nehme jetzt wieder meine Pump-Action. Meine Boom-Action. Jetzt muss man gucken, wir kommen mal raus. Ja, deswegen, lass uns zusammenbleiben. Wir haben alle zweite Welt. Lass uns zusammen. Ey. krank. Aufpassen, da ist noch einer auf dem Radar. Da ist noch einer auf dem Radar. Ja, ja. Wo ist denn der? Nicht hier drin, der ist draußen. Okay, alles. Hier kann man leider nicht aufschießen. Ah, fuck. Ich wäre fast dran gewesen, Alter. Ich dachte, der wäre draußen. Warum soll der dann angezeigt werden, hier im Raum? Alter. Nimm doch die Schnellwahl-Tasten. Warum nimmst du nie die Schnellwahl-Tasten? Du gehst nur durch das Interaktions-Menü. Du. Ich geh, ich tu meine Snacks immer selber ausfüllen, was ich will. Na, wunsch doch mit mir verrecke. Naja. Gut. Aufpassen. Da ist der Nächste. Äh. Wie gehst du? Komm mal hier nicht raus, okay. Dann müssen wir uns woanders durchkämpfen. Ach nee, warte mal hier. Aufpassen. Aufpassen. Ne. Schieß ja mal auf, Titchy. Ob sie aufschießen kannst. Ja. Ja. Okay. Also du schießt, weil meine Munition ist fürs Aufschießen zu teuer. Weg. Scheiße, ich lad grad nach. Weg. Wo kommt der Nächste? Oh. Aufpassen. Aufpassen. Ein Moment. Ein Moment. Ein Moment. Ein Moment. Ein Moment. Ein Moment. Wie kann die nicht mit ihren eigenen Waffen schlagen? Aufpassen. 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 Da ist noch einer. Eine andere Waffe. Da kommt einer. Aufpassen. 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 Bei den letzten vier Schuss hebe ich mir noch für besondere Gelegenheiten auf. Aber jetzt tue ich erst mal Panzerung aufhülle. Vorsicht. Vorsicht. Naja. Jetzt kommen wir noch mal 100 Stück auf uns zugerannt. Ha ha ha. Wenn man rausgeht. Wo wird diese Rakete hier los? Ha ha ha. Startet. Ha ha ha. Ziel. ok der wachungskamera gut wenigstens haben sie sind nicht so stark gemacht wie den jürgen winzendorf pericone der der kajote den zu erledigen ja ist nachbar aber naja es war jetzt ein stress darauf gleich erst mal eine ziegel oder kommt uns ein annie later den müssen wir auch noch killen misst der fahrer habe ich raus geschossen scheiße der annihilator ist kaputt unser unser fliegender penis ist kaputt da kommt die nächste das ist ja noch nerviger ok ich hoffe die tun jetzt nicht unendlich sporen so jetzt kommt wieder einer aber ich hoffe mal das ist vielleicht dann meistens so vier wellen ist glaube ich das meiste was es gibt scheiße der helikopter explodiert schnell weg vom helikopter schnell ja oder sowas geht auch stimmt hätten wir uns also wenn jetzt keiner mehr kommt jetzt in die luft bevor wir da irgendwie in die quere kommen und der in die luftjagd genau so jetzt kommt noch mal einer das gibt es noch nicht das scheint der letzte gewesen zu sagen wir können hier mit fallschirmen runter wir können hier einen klippensprung machen wenn wir den nächsten hede weg haben ja ich habe zwei stück gehört ich habe auch zwei stück normalerweise habe ich immer noch jetzt kommt noch mal den nächsten anvisieren da kannst du springen das war mies der war miserabel der sprung der war gefällt also ich bin nur auf dem weg nach unten aber der hubschrauber macht mir spaß ja das ist nämlich das problem der hubschrauber ist nämlich hinter uns ja scheiße da respawn die unendlich ist etwas das hasse ich bis zum geht nicht mehr das unliebsame ich die waren ja noch so grenzerlich und dann kommt noch so eine kacke dazu scheiße ich bin jetzt der berg runter in der quale von einem scheiß heli nee oder kann man in irgendeinem auto holen fahrzeuge wie trock auch nix du bist du kannst noch zu ende bringen ok ja aber es kommen jetzt auch fahrzeuge fahrzeuge hubschrauber scheiße fahrzeuge hubschrauber scheiße ja nehmen wir doch den gekauft den dinger habe ich im angebot mal gekauft habe noch nie verwendet nee das ist den ihrer natürlich wo soll ich denn sonst der haben ach hast du es nicht gesehen dass die typen rauskamen aus dem auto so jetzt hoffe ich mal dass ich das hier gut schaff hast du eine linie ich habe alles gut ich muss mich jetzt nur konzentrieren konzentriert dich erfahren ich kontrolliere deine anzeige also wenn panzer weg ist weil ich jetzt im panzerungsmenü drin bin wir angeben wenn panzerung weg ist ja bis jetzt hast du noch eine halbe ja oh yes oh yes oh yes oh yes da kommen zwei das ist schon selten er ist er das ist doch ein off-roader du hast doch eine viertelsknappe ja ich sehe es alles klar da heißt Daffeln Alter jetzt hab ich sie Waffeln jetzt hab ich sie wie soll ich denen entkomme wenn die respawn äh geh mal fahren wir irgendwie einen Berg hoch äh das wirst du entkommen Weil vielleicht fahren sie die auf der Berg nicht hoch in der Herfuhr. Ja, deswegen machen sie ja Geländewagen. Dass sie doch nicht im Gelände fahren können. Ja. So, nochmal neue Panzerung. Und jetzt kommt er wieder von vorne, siehste? Ja, aber auf Straßen begegnen sie wir immer. Alter, wie GTA nerven kann. Jetzt mach ich mal etwas, wo ich mich auskenne in dem Gebiet hier. Einigermaßen jedenfalls. Nur besser, dreh den Karren gut. Ja. Weil Charles schon fährt oder nicht hinterher? Ja. Ja, aber nicht in einem Gebiet, wo ich mich offroad nicht auskenne. Hier kenne ich mich aus. Okay. Es ist wie bei den Bullen. Fährst du da irgendeinen Berg hoch, wo sie eigentlich nicht hinterher fahren, weil keine Straßen sind, entkommst du denen. Okay. Ja. Alter, haben wir die ULP-Missionen heute gemacht, ey. Glaubst du das? Unmöglich. Ja, cool. Also RP hat es natürlich ohne Ende gegeben, ja. Vor allem, natürlich, es war auch interessant. Ja. Sind halt wirklich von der Kohle her. Naja. Ich habe echt eigentlich mehr Schiss von Juggernauten gehabt. Ja, ich wusste ja nicht, dass die das geht. Weil wenn man die so von GTA aus herkennt, ist die nicht so leicht zu schlagen. Ach, Sorgen. Was machst du denn, Mädel? Das ist immer der Scheiß, wenn du in das Playstation-Menü gehst, um ein Screenshot zu machen. Wenn das dann so lange braucht, um das Bild zu laden. Und dann bist du dann schon zurück im Spiel. Jetzt. So. Jetzt hat es geklappt mit einem Foto machen. Weil ich brauche noch einen Beweis dafür, dass ich dir immer vorhalten kann. Siehste, ich habe unsere ULP-Missionen gerettet. Aber dafür hast du vorhin uns gerettet, als ich mich zu früh habe abgeschießen lassen. Ja. Deswegen. Das war jetzt genau abgewogen. Wunderbar. Und was gibt es für den Abschluss? Schauen wir mal. 100.000. Ja. 105. 20.000 RP, also. Nicht schlecht. Aber war das jetzt echt schon die komplette ULP-Serie? Mhm. 6 Missionen oder 7. Außerdem kriegen wir jetzt diesen fliegenden Dildo. Günstiger. Weil wir die Mission gemacht haben. Das wollte ich schon immer mal haben. Vor allem, weil er jetzt im Angebot ist. Ich kaufe ihn mir jetzt auch gleich, weil er halt im Angebot ist und ich einen Günstiger habe. Aber ich weiß nicht, was ich mit so einem Scheiß anfangen soll. Ich kaufe ihn mir gar nicht, selbst wenn ich so viel Geld hätte wie du. Ich muss, ich muss, ich muss irgendwas machen noch mit dem Geld, was ich will. Schön. Wunderbar. Ich danke dir dafür. Ne, das U ist noch nicht weg. Warte mal. Das war normalerweise die letzte Mission. Jaja. Jetzt. Äh, die ULP-Mission sind jetzt im Menüpunkt Online in der Pause-Menü verfügbar. Du kannst du jetzt so anwählen. Also du hast ja durch. Wir haben es ja auf jeden Fall durch. Ja. Kannst du jetzt so die Jobs wieder mal machen. Jetzt können wir dann wieder mal machen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder grinden. Ja. Das war auch nun mal, also ich auf meine 150 Millionen jetzt noch kommen in den Stream. Ich geh jetzt noch schnell eine rauchen. Du gehst noch mal eine rauchen. Ich geh jetzt mal in die Stadt. Mach ich dann auch gleich. Bis gleich. Bis gleich. Oder soll ich dich mitnehmen? Dein Charakter. Wie bitte? Oder soll ich dein Charakter mitnehmen? Dann steige ich ein ins Auto. Ja, stimmt. Dann muss ich nicht extra fahren. Ja, ich mach mal kurz Beifahrer. Wow. Achso, Entschuldigung. Ja, ja, ne. Dann mach ich Freunde Crew. Ja, stimmt. Wenn du hinten sitzt, passiert normalerweise auch nichts. Nö. Okay, also. Gut rauch. Ja. Ich fahr jetzt aber eine blöde Strecke. Ich kann eher die Autobahn fahren. Ist schön. Ach, die fahren eine immer ins Auto hier. Schlimm. Die NPCs sind schlimm. Ich bin jetzt noch voll aufgekratzt von diesen ULP-Emissionen. Das war auf jeden Fall spannend. Muss man schon sagen. Aber für Normalkohle würde ich die nicht machen. Nee. Die RPs sind ganz okay. Die RPs sind ganz okay. Ah, jetzt haben wir schon wieder Bullen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Money grinden. so lange wir noch diese Event-Woche haben. So lange wir noch diese Event-Woche haben. Jetzt fahren wir aber blöd. Ich kann mal auf der Autobahn einfach bleiben. Also noch 600.000 knapp brauche ich. Ach so, wir haben ja noch Bullen. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ähm. Glaubst du das? Wie geil ist das denn, Leute? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Okay. Wir wollen dort. Wir wollen ein bisschen weiter. Okay. Das war ja immer cool. Ah, da können wir hier den Tunnel rein. Da kommen die Bullen nämlich auch nicht nach. Normalerweise können sie eigentlich nicht nach. Dachte ich. Ja. Warte mal kurz. Das kommt davon, wenn man immer Blödsinn macht. Gut. Das haben wir so weg. Ja, so. Dann geht's ab. Weiter zum Grinden. Hm. Hier geht's doch irgendwo ab zu meiner Agentur. Ja, doch glaube ich. Irgendwo. Ja. So. Mal was. So. Erstmal Telefonzellen anladen. Dann machen wir noch eine Mischwarenauslieferung. Ach so, Bunker müsste auch schon wieder fertig sein. Franklin. No. Schauen wir mal, was wir eine kriegen. Die Trolle. Okay. Dann machen wir mal ganz billig das Trex-Moped. So. In sieben Minuten. Okay, dann müssen wir uns beeilen. So. 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 der zentrale hat anhänger abhänger fertig hast ja keine vorgaben mit welchen akb ja theoretisch kannst du nehme ich nehme halt immer lieber die fahrzeuge diese von antags anzeigen auf dem radar um weil ich hatte heute auch schon mal bugs wo es mir dann genauso auf dem golfplatz zum beispiel da gibt es einen golf wagen der dort rechts am golfplatz steht wenn du den golfplatz betritt mit dem habe ich schon richterin überfahren gemacht und ist schon zweimal gefällt dass ich es nicht bekommen habt den attentat bonus seitdem habe ich diesen ja nicht mehr kommt ja direkt auf mich zu gefahren ja beim dings ist es dann der fährt durch die stadt und wenn du gerade in der stadt bist passt perfekt tschuldigung ach da müssen wir noch gar nicht nachschauen da waren wir vorhin erst einen schwan wollten wir jetzt ja 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 Ah, das war doch. Das wird so. CEO. Sishi wollte eigentlich noch ein Fahrzeug beschaffen. Ich muss noch meine Tagesziele erreichen. Achtest du auf deine Tagesziele? Eigentlich versuche ich jetzt mal die wirklich stetig jeden Tag zu machen, aber ich schaffe es nicht. Jetzt schaffe ich mal einen Tag, dann vergesse ich es wieder. Weil du da ab 6 Tagen Steigerungen jedes Mal bekommst, wenn du das immer schaffst, jeden Tag zu machen. Dass du dann anscheinend bis zu 500.000 oder so. Und auch RP steigert sich. Snacks. Ne, toll. Okay. Mischwaren exportieren. Dann tun wir mal noch für die Mission sicherheitshalber. Kampfausstattung und persönliches Fahrzeug und frische Oppressor. Das ist das coole, was sie jetzt mit dem Sommerupdate gebracht haben. Dass du vom CEO Büro praktisch alle Garagen anwählen kannst und da ein Fahrzeug auswählen kannst. Warum sie das bei der Agentur dann aber nicht gemacht haben, verstehe ich nicht. Zum Beispiel der Sekretärin. Da hast du dann Zugriff auf alle Fahrzeuglagerhäuser. Und in der Agentur halt nur auf das Agentur Fahrzeuglagerhaus. Das ist ein bisschen nervig. Hätten sie es doch bei beiden Gebäuden so machen können. Und dann halt deine ganzen Flugobjekte. Flugobjekte. Hm. Die 500.000 werde ich hier wohl noch hinkriegen. Schauen wir mal ob wir hier schon wieder kaufen können. Weit kommst du mit einem schrottigen Auto eh nicht mehr. Aber der Gaming Stuhl ist schon geil irgendwie. Der ist schon fett. Ich sitze mal gut drauf. Ich sitze mal gut drauf. Äh hey. Äh. Ich bin schon müde hey. Woher der Tag noch sehr jung ist. Ich wollte eigentlich mal früher schlafen gehen hey. dass ich hier einen Rhythmus reinkriege. Na gut am Mittwoch habe ich wenigstens den Arzttermin um 9. Da werde ich dann auch total gezwungen ein bisschen früher rein zu gehen. Er will nicht kaputt gehen. Wie ich diese NPC Autos unliebs habe. Unmöglich. Ich werde mal gucken wie ich es morgen mache. Weil auf jeden Fall denke ich mal zuerst beim Easy Stretcher in den Stream reinschaue. Vielleicht irgendwann parallel dazu. Mein Stream anfangen wir mal gucken. Ich will es ja vielleicht auch noch so machen. Dass ich Playstation über Nacht anlasse. Dass ich dann vielleicht morgen früh noch ein bisschen grinden kann. Mit dieser absolut genialen Woche. Eine Woche. In dem Torfen. Blups. Ja da hätten wir auch ausweichen können. Ob ich sie heute Nacht an das weiß ich nicht. Bitte? Ob ich sie jetzt heute Nacht an das weiß ich nicht. Ja wenn müsstest du sie heute Nacht an lassen. Weil sonst ist es weg. Weiß ich. Der Popstar ist gerade sehr sehr zäh. Oh du bist beim Popstar. Immer noch. Ja seit 9 Minuten. Au. Ja Popstar war auch mal mein längstes mit. Was war sie. 13 Minuten oder sowas. Keine Ahnung. Deswegen unliebsame ich das ja auch so. Heißt kurz vor knapp fertig geworden. Heißt kurz vor knapp fertig geworden. So da haben wir schon die gemischt waren weg. Irgendwann mal fertig gekriegt. Dann will ich. Nach Club gucken. Ob ich sie kaufen kann. Hehehe. Pfff. 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 Baju. Vier. Baju. Manche. So, mischon exportiert. Jetzt fliege ich nochmal zur Agentur, im Nachtclub sind 100.000 oder so, das ist alles cool. Jetzt wird nochmal Hardcore Grinding gemacht. Jetzt verkaufe ich einen Bunger erstmal, der müsste jetzt auch schon wieder durch sein. Aber ist gut, dass ich vorher geschlafen habe vor dem Stream, das muss ich immer machen, immer kurz vor dem Stream noch schlafen. Zwar bin ich dann immer so ein bisschen verpeilert vom Kopf her so, aber noch ein bisschen verschlafen. Aber sonst insgesamt viel fitter. Ich wollte heute eigentlich noch was essen, fällt mir grad zu all. Oh, ich hab noch einen Kartoffelsalat. Nehmen wir uns das Auto hier, leimen wir uns mal kurz aus. Siehst, den wollte ich mir eigentlich auch noch holen, diesen Passatverschnitt hier. Den kannst du aber kaufen auf jeden Fall. Was ist denn das für eine? Wilka Ingott. Wilka Ingott. Wilka Ingott. Wilka Ingott. So, jetzt bin ich erstmal in Tschumasch. Einmal in Bungerli. Bunger, Bunger. Bunger, Bunger. Also jetzt habe ich mir schon das Ziel gesetzt, dass ich noch diese 150 Millionen will. Kostete es, was es wolle. Warum sind jetzt hier 200.000 drin? Wollte mich verarschen. Und zeigt er mir jetzt 200.000 an. Oh, bitte nicht, dass ich zweimal Vorräte geholt hab. Nee, eigentlich nicht vom Strich her müsste es einmal sein. Komisch. Aber ich glaube die Anzeige buggt eh manchmal ein bisschen. Zum Beispiel wenn du in den Bunker rein kommst und er dir anzeigt wieviel Waren wird eingeladen. Ja, da spendet es oft. Ich hab den Bunker nur zu lange nicht mehr gemacht. Bei mir ist es immer zu stressig hier rauszukommen. Meistens hab ich eh noch genügend in Los Santos City zu tun. Jetzt hab ich keine Filter mehr, glaubst du das? Eieieieiei. Weißt du was, ob der Thomas diese Woche krank schriebe? Weil du meintest, der hätte schon einen Schmutter drin hängen. Ob der jetzt krank ist weiß ich nicht. Letzte Woche war er ja auch schade. Stimmt es, dass du jetzt gar nicht mehr auf Quarantäne gesetzt wirst, wenn du Corona-positiv bist? Ja, es gibt keine Quarantäne-Pflicht mehr, du musst nur Maske tragen. Okay. Du darfst ganz normal arbeiten, darfst ganz normal einkaufen gehen, darfst ganz normal zum Arzt gehen, darfst alles machen. Hauptsache du hast eine Maske auf. Obwohl ich ja das mit der Quarantäne immer recht schön fand. Ich war nur einmal in Quarantäne und das war nicht schön. Ich war zweimal und ich habe es immer schön gefunden, dadurch, dass ich es bezahlt war. Komm, du zocken so viel wie viel? Und hab ganz normal mein Geld bekommen. Hm. Okay. Noch eine Panzerungssicherheitshalber. Okay. Ähm. Wie fahren wir da am dunmsten? Machen wir den so. Okay. Oh, das nervt mich total. Du musst, äh, ich muss jetzt praktisch mit diesem Monster Truck, ähm, am Bunker ausfahren. Und was haben sie natürlich für eine Flagge hinten dran? Alter. Was, die Russer? Ne, was haben sie wohl für eine Flagge hinten dran? Die Hakenkreuzflagge, die in Amerika in jedem Garten hängt. Ich sehe da nichts anderes als eine Hakenkreuzflagge. Oh, die Chance. Imperium Americanum. Ah. Oh, warte mal, da müssen wir rechts ab. Genau. Ich glaube, ich hab diesen Truck einmal ganz am Anfang, dass ich den kostenlos bekommen hab, ähm, mal rausgeholt und seitdem nie wieder. Ich glaub, ich bin dann privat vor ein Dreivierteljahr das letzte Mal angefangen. Also privat, also nicht in Missione, das mein ich. Privat. Ich wusste gar nicht, dass du einen Monster Truck daheim hast. Ja, genau. Ich glaub, hier können wir so hinzufahren. Ja, deswegen unliebsame ich die. Ähm. Weil? Weil die so total schwammig auf ihren Reifen hinterher Wasser betieren. Wasser Beton. Was ich mich frag, wie du das mit der Straßenzulassung hier im Backup hast. Ja, in Amerika würde alles zugelassen. Da hatte ich jetzt, äh, gestern, ne, vorgestern, YouTube Video von so einem ganz netten Deutschen, der so durch die, äh, Länder reist und so die Besonderheiten von den einzelnen Ländern irgendwie aufklärt. Das ging's halt auch um den Straßenverkehr, da hatte ich gesagt, die fahren wie die Henker, da wird rechts überholt, ist nicht verboten, äh, und, äh, alle Autos sind total zerbeut und, und, und würden bei uns nie zugelassen werden und sowas, ne. Ähm. Ja, in Frank-, in Italien darfst du ja rechts überholen. Da musst du ja, und in Frankreich genauso, da musst du ja immer aufpassen als LKW-Fahrer, als Busfahrer, dass du halt auf einmal... Ich finde die Regelung in Deutschland ist eigentlich schon nicht schlecht, weil das ist schon, also grad wenn du dann auf vielspurigen Autobahnen bist und sowas. Das ist schon... So, jetzt bin ich am ersten Punkt, das muss ich mich mal konzentrieren. Ähm. So, ähm. So, ähm. So, ähm. So, ähm. So, am besten. Okay. Ne, so nicht. Äh, äh, komm, 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 komm. Ach, Mädel, was machst du denn? Ja, so ist schon. Ähm. Wie rum fahren wir? Das müssen wir uns kurz überlegen. Oder dahinter. Ne, wir fahren erst hoch. Ja. Gut. Wir müssen ja, dass dich mal nicht abschießen, hey. Ja. Oh, jetzt kommen wir nun noch vor. Ja. Alter, der Dinger ist gar nicht mal schlecht gepanzert, den sie dir geben zum Aus... ...fahren. Echt? Ja. Das sieht ja ziemlich viel aus. Ähm. Jetzt verkaufe ich noch meine... Ich glaube, ich muss mal am besten, dass wir rücken. ...mein Nachtclub-Lagerhaus und dann, äh, verabschiede ich es. Oh, ich hab mir jetzt schon das Ziel gesetzt, die 150 Millionen jetzt noch hier zu schaffen. Ah. Das muss ich jetzt halt auch noch machen. Das muss ich auch machen. Du hast ja nicht zwei kleine Kinder im Hause. Also. Nicht in dem Leben, ja. Nicht mehr in dem Leben, Alter. Nicht mehr in dem Leben, Alter. Nicht mehr in dem Leben, Alter. Das ist in drei Stunden schon wieder weg. Aber jetzt ist mein Dualshock natürlich fast leer. Und das ist mitten in der Mission. Ich hoffe noch, der hält noch durch. Das ist auch noch der Alte. Ja, 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 verstehe, 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 verstehe. Ich will nicht mehr schlafen. Jetzt darfst du auch nicht mehr schlafen. Ähm, da gibt's so geile Erfindungen. Ähm, wie heißt die? Ähm, ein Schloss an der Tür. Ja, aber dann stehe du trotzdem an der Tür und klopft. Ist aber ganz neu, ist ganz neu. Klopft man nicht überall. Ein Schloss habe ich, aber dann stehe du trotzdem vor der Tür und klopft die ganze Zeit gegen die Tür. Wenn ich darauf nicht reagiere, holt er seine Spielzeughammer aus dem Zimmer und klopft mit dem Hammer gegen die Tür. Zum Glück habe ich keine Kinder, Alter. Alter. Ja. Da unten ist sogar gleich ein Telefonzellenattentat. Ja. Ich bin begeistert. Ich bin von Grund auf begeistert. Ich nicht. Du nicht. Das ist... Wo ist es denn? Ich suche das Gebiet, um den Käufer zu finden. Ach, da. Der Typ steht da dran. Ach, das ist ja die Easy-Peasy-Mission. Ah, jetzt habe ich ihn. Aber dann kreist sich dann das Gebiet immer enger ein, wenn du es eine Zeit lang nicht findest. Ah, nochmal Technologieunternehmer. Ach. Heute mag mich GTA, aber... Meine Fresse. Ist das schön. Ja, mich mag GTA heute nicht. Auch wenn ich heute schon 4,5 Millionen gemacht habe. Ja. Das ist doch gut. Das hört sich doch gut an. Aber wenn ich Telefonzellenattentat mache, dann kommt meistens... Kopfstar. Was kaufst du als nächstes? Hä? Was kaufst du als nächstes? Weiß ich noch gar nicht. Höchstwahrscheinlich Casino-Apartment. Ähm, etwas Sinnvolles für noch weitere Missionen machen oder sowas? Oder hast du da schon alles? Was heißt sinnvoll? Sinnvoll heißt, etwas zum Geld verdienen. Apartment ist nicht zum Geld verdienen. Gut, du kannst diese Mrs. Baker Missionen dann machen. Die waren aber bis jetzt nur einmal auf Doppelt Money oder sowas. Und selbst da waren sie eigentlich schon ein bisschen... Oder sogar Vierfach Money. Weiß ich ja nicht. Ne, Vierfach Money war die Luxus Yacht, wo ich sie mir damals gekauft habe. Ach, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall... Lohnenswert ist es nicht. Es ist eher so ein bisschen so ein Dekadenz-Din. Das Casino Penthouse. Und natürlich... Nicht schlecht, wenn du jetzt zum Beispiel dann halt... Hast du da einen eigenen Kartentisch im Penthouse? Mit einem höheren Stack... Mit einem höheren Stack. Den du da einsetzen kannst. Du kannst ja auch ein bisschen so den Kartentrick machen. Mit Abspeichern und dann mit einem schlechten Handtasch dann wieder laden. aber das habe ich auch noch nicht probiert ich weiß wo das so irgendwie geht aber mir ist es immer auch zu stressig gewesen die ganzen sachen wenn ich mal so eine grinding methode so ein grinding flow gefunden habe dann mache ich den die ganze zeit das war dann ein so dann verabschiede ich mich jetzt für jetzt einmal wenn wenn ich mal playstation anlass können wir dann eh nicht zusammenspiele ich lasse die dann eh nur an um noch ein bisschen dann zum frühstück zum müsli vielleicht noch schön telefonzellenattentat auf 127.000 ich habe vorhin schon gemerkt dass meine playstation sich so ein bisschen aufhängt okay ja gut in meine müsste ich auch mal wieder entfusseln natürlich das muss ich bei meiner auch machen das ist der grund warum ich sie jetzt auch nicht anlass nicht dass ich dann aufwache geil ich habe noch die lobby aber hat sich komplett aufgehacken kann ich eh nichts mit anfangen ja also aber klar dass wir die ulp missione mal gemacht haben als cool vielen herzlichen dank und ja war richtig geiler abend man hört sich in ein paar stunden würde ich sagen denke ich mal also ich ja ich schau mal ich will dann auch morgen erstmal ausschlafen ja ja das würde ich auf jeden fall erstmal machen weil danach geht es nicht mehr gut also dann wünsche ich noch ein gutes nächstchen schlaf gut ja ja auch und bis zum nächsten mal ja ich muss jetzt halt noch ein bisschen grinden weil ich gesagt habe ich brauche die 150 millionen das ist halt jetzt so sonst kann ja nicht schlafen ich lauf gut so und wir schauen mal was fehlt mir jetzt noch ja wir können doch mal zum buch und es liegt auch mal die überschüssungen waffenteile das können wir jetzt dann sparen wir uns mal zum buch ja ich Alles okay? So. Oh, schön Firebird. No fucking way! Entschuldigung, ich musste gerade mal kurz niesen. So. Aber jetzt waren wir langsam auch müde. Jetzt beruhigt sich langsam alles. Aber das müssen wir noch schaffen. Ja, da haben wir noch den Tune-Pugging. Okay. Okay. Super, wieder die kurze Strecke, das ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich meine das Ausfahren hier, das lohnt sich normalerweise auch. Selbst für 50.000. Aber mit den 100.000 ist es natürlich noch besser. Doppelt Bonus. Ach, Mist. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja. 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 Jetzt haben wir es schon geschafft. Jetzt können wir auch ganz anders schnell reisen, wo ich ja jetzt alleine auf der Lobby bin. Ich bin gerade ein bisschen zufrieden. Hier war ich so gut. Ich bin gerade ein bisschen zufrieden. So, da steht nämlich auch noch eine Maschine. Die können wir auch verkaufen, wenn wir uns als CEO melden. Das heißt verkaufen, also tunen und wieder zum Kunden zurückbringen. Das bringt auch nochmal 50.000. Schokobraun. Da muss man von unten, glaube ich, herkommen. Da war's. Das ist heiß. Wenn ich so meine selbst habe. Oh, woher kommt denn? Das ist ein bisschen zufrieden. 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 Das habe ich früher überlesen. Gut, also da können wir es schon ausliefern. Ne, fünf Kilometer ist mir zufrieden. Das ist ein bisschen zufrieden. Das ist ein bisschen zufrieden. Das ist ein bisschen zufrieden. Ach komm, fahren wir jetzt zu viel Kilometer. Das ist ein bisschen zufrieden. Das ist ein bisschen zufrieden. Das ist ein bisschen zufrieden. Wie geht es dir? Hallo? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auch ein bisschen buggy Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 noch mal schweres scharfschützengewehr habe ich doch vorhin verwendet bei der olp trotzdem voll ok ok ich glaube ich okay Ach komm, vielleicht ist ja eine gescheite Agency Missionen da. Ach komm, vielleicht ist ja eine gescheite Agency. Ach komm, wir werden gegen die Rückführung. Hm. 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 Was hat. Oh. Ah. Ah. Ah 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 ah. Ah, Ah. Ah ah. The CEO of a fancy-ass perfume brand, Blasian... Tequilolala, sehr gut. Frag mich jetzt nicht, warum ich so umständlich gefahren bin. Ich weiß es nicht. Obele. Kannst du mal ordentlich einparken. So, dann nehmen wir den Menschenmehl. So, dann nehmen wir den Menschenmehl. Oh, richtig. Das fängt ja schon mal schlecht an. Also der Tresor ist schon mal hier nicht. Oh, fack. Oh, fack. Oh, fack. Oh, fack. Ja, wenn es das erste Mal nicht funktioniert, mach es gleich nochmals genauso und hoffe, dass du ein anderes Ergebnis bekommst. Der Rizzer ist on fire. Und jetzt tot. Ist wenigstens witzig anzuschauen. Bei der Mission ja auch egal. We get a pleater. Gehst du ihn doch hin. Die schreien hier das Haus zusammen. Wir wollten ihm nur helfen. Larissa. Heißes Mädchen. Hä? Da ist der Kot nicht. Achso, ich muss ja erstmal den Tresor finden. Aber da wäre der Kot. Der steht unten. Das ist schön. Du wertvolle. Du verdammelst. Du verdammelst. Du verdammelst. Du verdammelst. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Was ist denn jetzt hier passiert? Oder immer noch. Das können wir sein. Ähm. Ähm. Oh, 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 oh. Na? Da müsste doch einer von oben kommen. Nöt? Hä? Das ist jetzt aber komisch. Das ist komisch. Oh, da war noch einer. So, da haben wir die Halskette. So, da haben wir die Halskette. So, da haben wir die Halskette. So. Was ist das? Ja, wenn du da blöd rumläufst, brauchst du dich nie wundern, wenn du zusammengefahren wirst. So, da haben wir die Mission auch. Jetzt dürfte das nächste Telefonzellenattentat jetzt auch schon wieder freigeschalten sein, beziehungsweise akklimatische Zeit vorbei sein. Ah, ich hab die 150 Millionen. Ja, Mann. Aber wir machen trotzdem noch Telefonzellenattentat. Aber ich hab die 150 Millionen. Ja, Mann. Schön. Da kann ich eigentlich jetzt Feierabend machen. Oh, Larissa, da fehlt doch schon die Scheibe. Aber? Ne, doch nicht. Wir spielen. Mischware wäre jetzt auch wieder zum Exporten bereit. Okay, dann hauen wir das auch noch rein. Die 100.000 nehmen wir auch noch mit. Hm. Dann esse ich nur was, wenn du ruhig schluckst. Okay. Alright, got it. I'll ask around and get back to you. Hm. Hm. Blöde Mission, Pupstor. Hm, Drive-By, das ist ja schön. Jetzt geht es um den Egg Das Gleiche diese Gesam median für dich. Ich bin differen Sie. da stehen sie schon mal nicht doch von das auto will ein bisschen aus wir stellen das nachher wieder poliert wieder hin schießt doch mal mit so auf löser dadurch doch gar nichts glaubt er müsste auch nicht wenn ich jetzt noch level 450 im gleichen stream schaffen würde wäre natürlich auch geil aber das schaffe ich will nicht mehr das wäre so jubiläums mäßig so und 50 millionen gta dollar und level 450 das war schon fett aber das ist noch ein jahr gta aber halt auch exzessiv ich glaube die linke seite an den rädern erwischt dauert es nicht mehr lange dann schlittert er von uns her ja das fängt schon an doch sagen wir wissen du willst ihn doch noch treffen oder ja zum beispiel so das war jetzt perfekt gut da hinten steht ja auch unsere oppressor und noch mal 127.000 der bringt auch kohle hat man kann man aber bleibt doch mal stehen hey ich will mir doch nur dein auto ansehen komm mal her ich glaube das hat eine telle drin wir haben das mal kurz ja 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 150 millionen und trotzdem immer wieder schön ja 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 Schöpfer für Trennung. Hä? Jetzt fahre ich noch die Mischwaren raus und dann ist fertig. Feierabend für heute. Ich habe genug gegrindet. Ne, da müssen wir nicht rein. Ne. Ja. Mischwaren. Was braucht ihr? Was kann ich für Sie? Ja. 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 ... ... ... ... ... ... ... We're moving Ich glaube das Lagerhaus hier war schon voll Ja, das ist hier noch ein kleines Opol Ja Ok Warum war das noch nicht voll? Je ne sais pas Mon ami So So Also stört euch nicht dran wenn ich jetzt zu faul bin noch zu kommentieren aber ich bin einfach schon zu müde Ich muss ins Bett So Dann tun wir den raus So 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 Ja. 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 Jürich. OmBRAl, Jürich. direkt an die kante die So, da haben wir es geschafft. Also, dann überweisen wir noch das aufs Kondo. Oh ja, da haben wir noch 500.000 Puffer, 600.000, schön. Ah, wahrscheinlich musst du die als Host abschließen. Also Leute, ich bedanke mich recht herzlich bei allen Leuten, die mitgemacht haben. Klingoni, den Chessinator, der Skule Emo-Kit, den Alexander Schwarz, dem Downtown-Killer nicht zuletzt. Vielen herzlichen Dank. Lasertag natürlich auch, vielen herzlichen Dank. Und auch allen, die hier im Chat beteiligt waren, war wieder ein sehr schöner Abend. Ein bisschen länger gegangen als geplant. Ich wollte schon längst im Bett sein und schlafen. Aber ich wollte ja noch unbedingt die 150 Millionen schaffen. Das haben wir heute auch geschafft. Die ULP-Missionen haben wir gemacht. Viel Spaß bei diesen PvP-Modi haben wir gehabt. War saugut. Jaja. Also. Und morgen, beziehungsweise heute, in ein paar Stunden, kommt das Winter-DLC von GTA Online raus. Da bin ich ja mal total gespannt drauf. Aber ich glaube, ich schaue mir das dann erstmal beim Easy Stretcher im Stream an. Ähm. Gut. Also. Da würde ich mal sagen, soweit war es das von mir und Larissa hier. Meiner GTA Larissa. Und. Da sagen wir, Guts Nächtele. Schlaft recht schön. Und ich rate euch jetzt mal noch, ähm. Geschwind zum. Kolleg von mir. Zum T4 Wizard. Der vorhin hier auch im Chat dabei war. Da rate ich euch jetzt mal hin. Also. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Schlaft gut. Guts Nächtele. Ciao. Und. Untertitelung des ZDF, 2020